die Aufnahme. So, seht ihr ein Pop-up oder sowas ähnliches bekommen? Das ist aber neu, oder? Das Pop-up. Okay. Vielleicht ziehen sie da einfach Stück für Stück nach bei den Teams Features. Ja. Gut, dann gebe ich mal das Intro. Freue mich, dass ihr da seid und euch für zwei Themen interessiert. Working Out Loud und wie wir Projektmanagement mit Scrum verbinden. Ich finde beides extrem cool und spannend. Es ist sicherlich sehr ambitioniert, dass wir da mit einem Termin nur zwei Stunden füllen, doch es steht sowas von für das, was wir hier mit dieser Brückenbauer Community vorhaben und was ja auch hier im Titel steht, nämlich, dass wir Bewertes aus der Welt der Projekte mit Agilität und New Work verbinden. Und jetzt haben wir es, glaube ich, zum allerersten mal einen Termin, wo wir beide Themen mit rein für frühstücken. Und das überspringe ich mal für den Fall, dass sich jemand gefragt hat, wo das ist und über den Post hierher gekommen ist. das Foto hat tatsächlich nicht ich, meine Frau geschossen. Das ist in Utah, in den USA, wenn sich jemand für den Arches National Park interessieren sollte, da stehen die geilen Brücken, die wir immer benutzen. Also auch die hier, der Window Arch und an den hier kann ich gar nicht mehr erinnern. sehr, sehr geil und sehenswert, aber eben nicht gerade um die Ecke. wieder zurück zum Eigentlichen. Wir haben uns Verstärkung geholt. Antje lässt sich entschuldigen. Wir sind dann also noch, Frank und ich, zum Thema Working Out Loud. Dort ist die Caro dabei. Und nur damit ihr es einordnen könnt, warum wir das für relevant halten. Das ist ein Format, was es euch ermöglicht, strukturiert im Austausch mit anderen eure eigenen Ziele zu erreichen. Und manche von euch sind Selbstständige, aber selbst wenn ihr nicht Selbstständige seid und irgendwie ein Business groß machen wollt oder eine andere Life Balance finden wollt, es geht für jede Art von persönlichen Zielen. Tiefer steigen wir nachher ein. Und weil viele von uns auch im Rahmen der Brückenbauer Community kleine Projekte am Laufen haben und wir auch kleineres Bind-Offs heute schon sehen, könnte das eine sehr gute Ergänzung dazu sein, euch was an die Hand zu geben, um eure Ziele, warum ihr auch an der Community hier beteiligt seid und nicht nur euch Impulse holen wollt, sondern auch was bewirken wollt in der Firma, in der ihr arbeitet, in eurem Leben, wo auch immer. Um euch da was an die Hand zu geben, haben wir genau dieses Thema mit auf die Agenda genommen. Jetzt bin ich ja die ganze Zeit im Weg, oder? Und zum zweiten Thema ist die Verstärkung der Stefan. Allerdings mehr im Hintergrund. Der Impuls von der Caro wird wirklich von ihr kommen. Den Stefan haben wir so als Backup. Der arbeitet nämlich tatsächlich gerade da dran, einen richtigen Art Standardbausatz zu entwickeln, um Scrum und Projektmanagement zu verbinden. Und wir haben auch in den Kommentaren auf LinkedIn gesehen, dass einige sehr gute Erfahrungen haben, beides zu kombinieren. Mir geht es auch so. Frank hat dazu auch immer tolle Meinungen. Und das wird der zweite Teil heute, dass wir unsere Erfahrungen dazu austauschen. Und immer, wenn wir nicht weiterkommen und sich die Maschine festfrisst, haben wir Stefan als Backup dabei. Danke, Stefan. Und wenn ich das nicht so aus der Luft gegriffen mache, das ist noch die Überraschung für dich, Stefan. Das ist mir gerade erst wieder so richtig eingefallen, dass wir das vorhatten. Wir wollen das an einem konkreten Beispiel machen, und zwar an einer Waschstraße, die mit einer App gesteuert werden kann. Das wird das Projekt, damit das nicht so beliebig wird. Und damit stoppe ich schon den Screenshare und übergebe das Wort an die Impulsgeberin Caro, die ich vor knapp zwei Monaten auch online kennengelernt habe. Wir haben uns viel über Workout Loud unterhalten und ihre Erfahrungen. Und ich fand das so toll und passend, dass wir sie jetzt in der Vorbereitung dieses Termins gebeten haben, uns mal mitzunehmen auf ihre Working Out Loud Reise, die du jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Wochen, ach, nimm uns mit, zehn Wochen. Nimm uns einfach mit. Ich übergebe an dich, Caro. Vielen lieben Dank. Ja, hallo zusammen. Ich bin die Caro. Ich werde euch, wie Chris schon eingeleitet hat und tatsächlich auch schon eine Definition gegeben hat, ein bisschen was über das Thema Working Out Loud, kurz WOLL berichten, im Rahmen eines ganz kurzen Impulsvortrags. Ihr dürft mich jederzeit unterbrechen. Ich gebe direkt mal meinen Bildschirm frei. Ihr dürft mich jederzeit unterbrechen, dürft jederzeit Fragen stellen. Ich bin auch ganz gespannt, ob ihr, ob einer von euch schon mal WOLL durchlebt hat, WOLL als Methode so kennt. Genau. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, ihr könnt meine Präsentation sehen. Das müsste geklappt haben. Sehr gut. Genau. Wer bin ich? Mein Name ist Carolin Bündgen. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Koblenz. Ich habe gesagt, gehört oder mitbekommen, wir sind sehr verteilt deutschlandweit. Also ich bin dann so Südwesten unterwegs. Ich bin Projektkoordinatorin seit jetzt sieben Monaten auch im agilen Umfeld. Vorher war ich im klassischen Umfeld eher tätig. Jetzt bin ich in einem Innovationszentrum einer Versicherung und dort beschäftigen wir uns mit agilen Methoden und Arbeitstechniken. Wenn ihr möchtet, können wir uns sehr gerne auf LinkedIn und Xing vernetzen. Deswegen habe ich es hier nochmal aufgebracht. Und genau, ich würde gerne einen kurzen Einstieg geben zum Thema Working Out Loud. Chris hat es eben schon mal zusammengefasst. Ich habe hier mal das Zitat von dem Urvater von Working Out Loud, John Stepper, rausgesucht. Und zwar beschreibt er die Methode oder beschreibt er es als eine Methode, um relevante Arbeitsbeziehungen aufzubauen und dabei helfen, ein Ziel zu erreichen oder neue Themen zu entdecken. Und ich finde, dieser Satz umfasst eigentlich alles, worum es in Working Out Loud im Grundsatz geht. Und zwar um folgende drei Bereiche. Es geht darum, dass man mit einem persönlichen Ziel in einen Woll-Zirkel startet oder in Woll startet. Man stellt sich vorab die Frage, was möchte ich erreichen? Was ist ein Herzensthema? Womit gehe ich in Woll rein? Chris hat eben schon Beispiele genannt. Ich würde es gerne ergänzen. Es kann wirklich von dem Thema, ich möchte ein bisschen kreativer sein, ich möchte wieder anfangen zu malen, ich möchte ein Musikinstrument lernen zu ich suche einen neuen Job, ich will mich beruflich umorientieren, ich will mich selbstständig machen. Es kann von bis sein. Es sollte aber ein Thema sein, mit dem man sich gerne beschäftigt, wo man auch wirklich eine intrinsische Motivation mit hat. Ein Herzensthema eben. Der zweite Teilaspekt ist das Thema Beziehungen. Es geht in Woll immer darum, sich die Frage zu stellen, wer steht mit meinem Ziel in Verbindung? Wer könnte mir dabei helfen, das Ziel zu erreichen, also im Kern Netzwerken und Beziehungen aufbauen? An der Stelle könnte man ja sagen, okay, da endet das Ganze, kriege ich irgendwie alleine hin, aber Kern von Woll ist, das mit anderen gemeinsam zu machen, weil es auch immer darum geht, wie kann ich anderen helfen mit meinem Netzwerk? Wie bringe ich sie dazu, ihre Ziele zu erreichen? Wie kann ich es schaffen, durch Großzügigkeit andere zu unterstützen? Deswegen das Thema gegenseitige Unterstützung und Großzügigkeit ist eben der dritte Teilaspekt von Woll. Ja, jetzt habe ich ganz viel erzählt, was Woll ist, aber wie funktioniert das eigentlich? Was ist greifbar in Woll? Woll besteht aus Zirkeln. Zirkeln sind Gruppen, Kleingruppen von bis zu fünf Personen. Tatsächlich sind das in den meisten Fällen Fremde, die man da trifft, also Working Out Loud. Wenn ihr das mal googelt, findet ihr auch den sogenannten Circle Finder. Da trifft man Menschen aus der ganzen Welt, außer man begrenzt es irgendwie. Aber letztendlich kannst du da Menschen treffen, die du sonst in deinem Leben nie getroffen hättest. Und so ist es bei meinem Woll-Zirkel zum Beispiel auch. Wir sind zu fünft. Ich kenne niemanden davon persönlich oder habe ihn vor dem Zirkel gekannt. Und das macht das Ganze tatsächlich auch irgendwie aus. Also ich habe einen Zirkel mit fünf Personen und mit denen starte ich. Jeder von denen hat ein eigenes Thema. Die Themen müssen und sollten sich vielleicht auch nicht unbedingt überschneiden, weil man so natürlich auch irgendwie nochmal eine Vielfalt schafft und auch keinen Konkurrenzdenken. Diese Zirkel durchleben ein zwölfwöchiges Programm. So ist es zumindest von den Guides her oder von den Rahmenbedingungen her geschaffen. Man hat zwölf Wochen und ich habe es gerade vorweggenommen, in jeder Woche bekommt man einen Guide zur Seite gestellt. Das ist auch ganz nett, weil man sich dann in seiner Gruppe zusammenfindet und irgendwo ja anfangen muss. Und diese Guides geben einen für jedes Treffen, was man dann hat. Der Woll oder John Stepper schlägt vor, sich einmal die Woche für eine Stunde zu treffen und in dieser Stunde kann man sich ganz nett an diesen Guides eben entlanghangeln. Die geben einem eine Agenda vor für 60 Minuten. In dieser Agenda sind Fragen, die man sich stellen kann in der Gruppe, sind Übungen, die man gemeinsam machen kann. Das ist ganz nett. Das haben wir auch die ersten sechs Wochen tatsächlich recht streng durchgeführt, haben dann aber für uns erkannt, welche Fragen uns wirklich weiterbringen und welche Aufgaben wir für uns in der Gruppe machen und sind jetzt so ein bisschen weiter weg von den Guides. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Also Woll ist, wie so vieles im Agilen, ein Rahmen, der da ist, um ihn zu nutzen, aber nur dann, wenn er dienlich ist. Und so ist es eben bei Woll auch. Die Guides sind super gut, um den Einstieg zu machen. Sie sind aber auf jeden Fall nicht verpflichtend. Genau. Und innerhalb dieser Zirkeltreffen, um es auch mal noch mal greifbarer zu machen, wie gestalte ich die aus, geht es wirklich darum, dass jeder erst mal auf die Frage antwortet, was habe ich seit dem letzten Treffen getan, um meinem Ziel näher zu kommen? Und darauf baut dann schon ganz, ganz viel auf, wenn man dann irgendwie sagt, ich habe mich mit jemandem getroffen, ich habe jemanden auf LinkedIn irgendwie gefunden, ich habe meine erste Bewerbung geschickt oder ich habe da mal was vorbereitet, könntet ihr mal drüber schauen. So funktionieren diese Treffen. Jeder bringt irgendwie rein, was ihn gerade beschäftigt in Bezug auf sein Ziel. Und dann geht es eben um diese Großzügigkeit, gegenseitige Unterstützung. Wie schaffe ich es, dem anderen zu helfen? Fällt mir irgendwas ein, was mit dem Ziel des anderen in Verbindung steht? Habe ich irgendwas, was ich ihm oder ihr geben kann? Und oft vermutet man das gar nicht. In meinem Zirkel, wie gesagt, sind Menschen, die habe ich noch nie gesehen und deren Ziele betreffen mich auch null. Also ich habe nichts damit zu tun, dass die einen ein Thema für ihre Masterarbeit sucht oder der andere sich beruflich neu orientieren will. Aber vielleicht habe ich mal, ich weiß nicht, einen guten Podcast gehört, der zu dem Thema passt. Oder ich kenne da jemanden, der coacht in Bezug auf berufliche Neuorientierung. Ja, super, dann gebe ich doch diesen Kontakt weiter. Und genau so funktioniert eben Woll, dass ich unabhängig von meinem persönlichen Ziel, was ich reinbringe, auch auf das Ziel der anderen höre und schaue, wie kann ich da unterstützen. Genau, hinter dem Ganzen, was ich gerade erzählt habe, stehen in den fünf Prinzipien. Einmal das Thema Beziehungen, jetzt schon ganz, ganz oft gehört. Nur über Beziehungen schafft man es eben auch, Know-how aufzubauen. Woll, und das war für mich eine der größten Hürden, dreht sich auch ganz viel darum, die eigene Arbeit sichtbar zu machen. Ich habe noch nie, bevor ich in dem Wollzirkel war, irgendwas auf LinkedIn geteilt. Also ich bin da eher ein bisschen ruhig unterwegs. Aber in einem Guide war dann die Aufgabe, teile doch einfach mal, was du so machst. Erzähle doch einfach mal Menschen, was du machst und starte mal eine Diskussion. Und tatsächlich habe ich Chris darüber, dann haben wir uns darüber connected, über diesen Beitrag, den ich gemacht habe. Und das war ja überhaupt nicht schlimm. Natürlich ist es nicht schlimm, so einen Beitrag zu machen, aber das war für mich der Anstoß, den ich irgendwie brauchte, um mal sowas zu machen. Das ist eben ein Beispiel, wie Woll funktioniert. Es gibt dir etwas an die Hand und dadurch, dass fünf andere mit dir gefühlt leiden und auch einen Beitrag machen und auch über ihren Schatten vielleicht sprengen, machst du das halt auch, weil du willst natürlich nicht diejenige sein, die beim nächsten Treffen sagt, nee, habe da einen Rückzieher gemacht. Aber das ist auch in Ordnung. Also Rückzieher sind auch in Ordnung. Das ist, wie gesagt, kein Zwang. Großzügigkeit auch schon ganz, ganz oft erwähnt, gehört trotzdem zu den fünf Prinzipien dazu. Zielgerichtetes Netzwerken. Ich war jemand, der LinkedIn vor Woll so genutzt hat, dass ich die Menschen, die ich von meiner Arbeit kannte, von meiner vergangenen Arbeitsstelle gekannt habe, connectet habe und meine Freunde und meine Familie. Das war mein Netzwerk auf LinkedIn. Mit Woll habe ich dann angefangen, okay, es gibt auch Menschen darüber hinaus, die kenne ich zwar noch nicht, aber vielleicht sollte ich sie halt kennenlernen und habe dann irgendwie angefangen zu verstehen, wie LinkedIn funktioniert, dass da auch hinter vielem ein Algorithmus hängt und wenn ich mal einen gefunden habe, finde ich zwei, drei, vier und so baue ich mir ein Netzwerk auf aus Leuten, ja, die irgendwie gleich denken wie ich oder die inspirierend sind, die interessant sind. Also unterstützt oder hat mich zumindest Woll auch in dem Bereich sehr nach vorne gebracht. Genau und der Punkt Growth Mindset, also den Kopf freimachen, mal außerhalb von irgendwie eigenen Grenzen denken, über den Schattenspringen, habe ich jetzt schon öfter gesagt, mit fremden Menschen über irgendwie seine persönlichsten Ziele, aber auch den eigenen Schweinehund vielleicht mal reden. Ja, das war vorher auch nicht so. Das hat man vielleicht mal mit Kollegen gemacht, mit einer besten Freundin, aber mit so ganz Fremden, die vielleicht auch noch mal eine ganz neue Sicht haben, weil sie dich eben nicht kennen, durchaus auch mal ein neuer Ansatz. Genau, was sind die Vorteile und Ziele von Woll? Ich habe es eben schon gesagt, gegenseitige Verpflichtung und Commitment. Niemand will in den Termin reinkommen und sagen, letzte Woche habe ich für mein Ziel nichts gemacht. Wenn ich aber alleine wäre, dann mache ich halt mal eine Woche lang, schreibe ich da mal keine Bewerbung oder weiß ich nicht, habe ich dann doch vergessen, irgendwie abends eine Stunde zu malen, obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Wenn du aber Leute hast, die auf dich zählen und die sich auch dahingesetzt haben und es gemacht haben, hast du einfach das Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung, vor allem, also ich bin selbst nicht selbstständig, aber das ist was, was ich oft in Foren auch gelesen habe, vor allem bei Selbstständigen ist es halt auch irgendwie eine Art Teamersatz oder Kollegenersatz, dass du da jemanden hast, der irgendwie auf dich zählt oder der mit dir in Verbindung steht. Für Unternehmen auf der anderen Seite ist es vor allem interessant, Woll im eigenen Unternehmen aufzubauen, um die Aspekte Silo denken oder auch Abteilungsgrenzen aufbrechen, um das anzugehen. Die größten Unternehmen, glaube ich, die Woll machen, sind Siemens und Bosch, zumindest weiß ich da, dass sie es auf jeden Fall machen. Die haben auch mit John Steppard ein eigenes Programm für sich entwickelt, die fahren da nicht zwölf Wochen, sondern ich glaube nur sechs. Genau, aber auch innerhalb eines Unternehmens kann so Woll-Zirkel aufbauen ganz, ganz hilfreich sein, weil du dann vielleicht nicht mit deinen zehn engen Abteilungskollegen zusammenarbeitest, sondern halt mal mit jemandem, den du im normalen Arbeitsalltag niemals getroffen hättest, aber ich glaube, das kann schon ganz schön interessant sein, sich mal mit denen auch zu unterhalten. Genau, dann ganz klassisch, Austausch und gemeinsames Wachstum und zum hundertsten Mal gegenseitige Unterstützung darauf baut, wirklich alles auf, worum es in Woll geht. Genau, jetzt die Frage, wie kann ich starten? Ich habe es eben schon mal gesagt, es gibt eine offizielle Seite von Working Out Loud, darunter findet ihr auch die Circle Finder. Ihr könnt aber auch, das machen ganz viele, einfach über soziale Netzwerke loslegen, irgendwie über Twitter oder auch LinkedIn, dass man einfach sagt, hey, ich habe Bock, einen Woll-Zirkel zu starten, wer hat Lust, wer will sich anschließen und so geht es los. Also es ist wirklich total basic und eigentlich recht einfach loszulegen. Also man kann auch durchaus anfangen mit seinen fünf besten Kollegen, da spricht auch nichts dagegen, um einfach mal reinzukommen. Dann natürlich ein erster Step ist ein persönliches Ziel suchen, da aber auch nicht zu verkopft rangehen. Der Guide ermutigt auch immer wieder, das Ziel zu hinterfragen. Das ist nicht für zwölf Wochen in Stein gemeißelt. Dinge bewegen sich oder Dinge verändern sich. Genau, damit kann man aber gut starten und wie gesagt, online gibt es die Guides von Woche eins bis zwölf zum kostenlosen Download. Da könnt ihr auch jetzt schon mal reinschauen, unabhängig davon, ob ihr einen Zirkel gestartet habt. Ja, also sehr niedriger Einstieg, würde ich sagen, sehr einfach umzusetzen und ich für mich habe da auf jeden Fall viel mitgenommen. Beispiel dieser Abend hier heute, ich wäre niemals hier, wenn ich nicht Woll gemacht hätte, weil ich dann Chris nicht kennengelernt hätte und bestimmt auch nicht über Woll berichten könnte. Ja, ich finde es eine coole Sache und das wäre erst mal meine Meinung und ein kurzer Ausflug in die Welt von Woll und jetzt würde mich interessieren, was ihr denkt, welche Fragen ihr habt. Hat jemand von euch schon mal Woll gemacht? Ja, legt gerne los. Erst mal ein herzliches Dankeschön, Carolin. Gerne. Absolut, genau. Schnappt euch einfach das Mikro und teilt mal eure Gedanken. Wie bist du dazu gekommen? Meine Führungskraft macht auf mich zu und meinte, Caro macht doch mal einen Wollzirkel. Habt ihr das schon in einem Unternehmen gehabt? Nee, also es war wirklich der Gedanke, der dahinter geschwebt ist, dass zu erproben ist, das was für unser Unternehmen. Und ich bin dann, ja. Okay, weil du Personalentwicklung bist oder? Naja, du bist, weil Thema Agilität, oder? Genau, Thema Agilität und wir sind ein Innovationszentrum, was eben für das Hauptunternehmen sozusagen Methoden erprobt, Techniken erprobt und dann eben zu überprüfen, ist das was für das Große. So, und da bin ich mit gestartet. Weil ich habe einen meinen schon fertig. Witzigerweise haben viele, glaube ich, in den letzten paar Monaten angefangen, sich andersweitig zu vernetzen, wenn es analog nicht mehr so möglich ist, dann vielleicht digital. Und wir versuchen das jetzt im Unternehmen auch zu starten oder zumindest mal, wie bin ich dran, irgendwie das Unternehmen dazu zu beraten, weil das die, ich finde, ein super Beschleuniger ist für die agile Werte, die zu für im klassischen Rahmen die agile Werte zu erwecken, also das agile Mindset eigentlich zu erwecken. Wegen Silo-Denken, wegen gemeinsam mutig sein, weil man sich gegenseitig ein Feedback geben muss, weil man offen miteinander redet, weil man Ideen austauscht, weil man Gedanken austauscht und so irgendwie reinkommt in dieses, ich kann das nicht alleine schaffen, muss ich vielleicht auch gar nicht, sondern ich kenne jemand von der IT, vielleicht kann der mehr weiterhelfen und der kennt jemand, bestimmt jemand von seinen Kollegen, der ihm dann wirklich ein Problem helfen kann. Also somit haben wir das irgendwie so, finde ich jetzt bei großen Firmen irgendwie ist das eine tolle Sache, um bei unterschiedlichen Abteilungen jemand zu finden und dann halt sich dein Netzwerk auszutauschen. Also so ein bisschen wie die Firma weiß gar nicht, was sie alles schon kann oder was für Wissen da ist, weil man halt kein Austauschformat so wirklich hat. Ja, absolut. Habt ihr schon losgelegt? Also das läuft schon? Nein, ich darf nicht spoilern, aber wir sind ganz kurz davor. Ich habe die Idee platziert, die wurde von der Personalabteilung, von der Personalentwicklung alles gut befunden und jetzt, und das war's, also irgendwie jetzt geht's so, jetzt werden wir uns mal treffen, irgendwie, wie machen wir das eventuell? Also wahrscheinlich auch mit einem Probeballon, weil, um halt immer, naja, um die Personalabteilung natürlich auch mal zu bezeugen, dass das was für eine skalierbare Größe ist. Ja. Cool. Bei uns im Unternehmen gibt's so was, ja, es heißt nicht Working Out Loud, aber wir, wir haben so eine Art Sprechstunde eingeführt und zwar sind teamübergreifend, gibt's zwei Zeitpunkte, glaube ich, jeweils an zwei Tagen jeweils eine Stunde, in dem man Fragen an bestimmte Experten quasi stellen kann, sowas in die Richtung, das, glaube ich, wird ganz gut angenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt, gut, es ist ein IT-Unternehmen, wir machen sehr viel IT, sehr, sehr jungslastig, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob das eher, also ich könnte es mir schon wieder vorstellen, die würden das Ganze belächeln mit Working Out Loud, das ist eher so ein Sitzkreis und wenn einer nicht weiter weiß, dann gründe er einen Arbeitskreis, ich weiß es nicht. Wie sind da so eure Erfahrungen oder Erfahrungen wie wird das angenommen, wie wird das akzeptiert? Also wir haben es im Unternehmen ja noch nicht, es ist quasi genau wie bei Ralf in der Durchbruchphase sozusagen, ich bei mir im Wollzirkel, aber gut, das sind ja dann auch nicht meine Kollegen, das sind ja wie gesagt Fremde, habe zwei Jungs, also wir sind zwei Männer, drei Frauen und weil du eben meintest, man sitzt dann da, letztendlich ist wohl ja das Produkt daraus, was diese fünf Menschen daraus machen und niemand ist in dem Sinne verantwortlich, also das ist ja auch das Schöne an Woll, es gibt keinen Moderator oder keinen, der im Fokus steht, so gesehen steht jeder mal im Fokus, aber es gibt keinen, der dieses Meeting leiten muss oder der Verantwortung dafür, dass es funktioniert, weil die tragen letztendlich alle und das finde ich eigentlich gerade das Schöne eben an Woll, dass es dann nicht so an einer Person hängt oder ja, wenn da keine Dynamik drin ist, dann müssen alle fünf überlegen, warum ist keine Dynamik drin und das führt dann oft dazu, dass es dann Dynamik hat oder weitergeht. Ich glaube, du kannst das auch nicht top down bestimmen oder so, also ich glaube, eine Motivation muss da sein und meistens die Leute, die nach dem Wollzirkel schauen, die sind auch motiviert und dann ergibt sich, dann stellt sich diese Frage gar nicht und das Schöne daran ist, dass du halt jemand, wie du schon sagst, dass du halt komplett unterschiedliche Personen irgendwie findest oder gefunden hast. Meistens sind die auf der Suche nach irgendwie nach Feedback im Sinne von einen Gesprächspartner zu haben, vielleicht irgendwie nochmal eine zweite Meinung und dritte Meinung, die nicht unbedingt die Frau oder der Mann ist, nicht unbedingt ein Kollege ist und man sich auch mal was trauen kann und was besprechen kann, was halt irgendwie, ja, was halt irgendwie, genau, ja, also wie zum Beispiel mit Orientierung, also ich habe, die waren aber alle auf der Suche nach irgendwas bei uns auch, irgendwie, das waren aber auch dann, also Lehrer, Lehrerfortbildung, jemand, der Lehrerfortbildung macht und weiß, hoppla, das geht so viel falsch gerade eben oder schief, jemand, der sich umorientiert hat mit der, mit beruflich, etc., jemand, die irgendwie eine Ausbildung machen wollte oder irgendwie eine Fortbildung machen wollte und nicht nur wusste oder jemand, der anfangen wollte zu blocken, etc., also ich finde irgendwie, jeder ist auf der Suche und ist froh, glaube ich, auf eine externe Meinung, die dann ehrlich ist, und nicht wie bei Freunden vielleicht oder bei Partnern ein bisschen gefiltert oder ein bisschen beschönigt, ja. Ich denke, das ist sehr gut, was Ralf gerade gesagt hat, weil ich komme aus der klassischen Industrie, Maschinenbau und da ist das von uns im Unternehmen nicht etabliert, aber ich habe bloßen Bekannten aus der Branche, die ein ähnliches Ziel haben, aber nicht aus dem gleichen Unternehmen sind. Wir ziehen alle am gleichen Strang, in die gleiche Richtung, haben wir eine Gruppe gerade gebildet, ohne von Volt zu wissen und ich finde das System cool, weil so kann man da ein bisschen Schub reinbringen und wir haben alle zwar eine Marschrichtung, aber wie wir das organisieren und so geht es echt gut, also das finde ich toll, das Konzept. Caro, würdest du es unterstreichen, wenn ich sage, das ist zumindest jetzt das, was ich verstanden habe, das muss sich schon um dein eigenes Ziel drehen, das geht nicht, dass jetzt die Firma kommt und sagt hier, dieses Projektziel und du nimmst dann einen Wollzirkel, um das zu erreichen. Ich glaube, das wird nichts werden, weil dann diese intrinsische Motivation genau an der Stelle fehlt, wo das ins Stocken gerät und dann ja die Dynamik dead ist, weil ich nicht motiviert bin, sondern versucht wurde, von außen zu motivieren. Also ich bin absolut kein Methodenguru, das ist meine persönliche Meinung, ich würde dir absolut zustimmen, weil du musst dich zwölf Wochen mit diesem Thema beschäftigen und wenn das kein Herzensding ist, dann hast du nach zwei Wochen keine Lust mehr. Also ich glaube, dass du dann auch Ergebnisse erzielen wirst, ja, aber du wirst dann nicht so hinterher sein und dir denken, ich mache jede Woche was dafür und ich kämpfe dafür und ich frage mich mal rum, wer was dazu wissen könnte, wenn du nicht dafür brennst. Das glaube ich. Also ich glaube, das klappen könnte, aber vielleicht nicht mit dem Spirit dahinter. Vielleicht, wenn man Einarbeitungsthemen hat. Also ich habe gerade die Situation, dass ich neu nach Unternehmen bin. Es kommt noch ein Kollege dazu jetzt kurzfristig und wir haben alle eine riesen Agenda bekommen. Es sind auch ein paar Kollegen, die schon ein bisschen länger dabei sind, was man abarbeiten muss, aber es ist doch sehr viel Input und wenn man dann so ein paar, ich sage mal, ältere Hasen da drin hat in dem Zirkel und man sich dann frei aussauschen kann, die aber nicht aus der direkte Personalverantwortliche, sondern einer, der komplett oben Arzt, Mentor oder eben als, guck mal, ich kann mal zeigen, wie es geht, Querschießer, ein bisschen Hilfe, da könnte ich es mir ganz gut vorstellen, weil man ja kein hart definiertes Ziel haben muss und einfach nur, dass man die Abläufe verbessert. Was mir dabei gefällt, ist die gewisse Ehrlichkeit, ist es dein Ziel? Also das andere kommt so von oben, ja, komm, wir machen mal, was denken wir uns gerade bei Human Resources aus? Pardon. Also jetzt muss jetzt hier irgendwie ganz toll Engagement für irgendetwas und ich habe mal gehört und das ist jetzt total neu, das macht jetzt alle happy und so ist sozusagen halt, ja, der Mensch ist zum Teil vielleicht manchmal ein egoistisches Wesen und das zahlt halt auf sein Ziel halt ein und aber zusammen zahlt man halt besser auf seine Ziele halt ein und dieses Spiegeln ist manchmal halt auch ganz gut. Also Frank kennt das vielleicht, also wenn man halt denkt, ja, so alleine, so für sich ist eine tolle Sache, aber dann so, ja, nee, ich habe eine andere Idee oder es ist ja vollkommen Quark. Ja, wieso ist das Quark? Ja, weil ich verstehe es nicht. Ja, und dann geht man immer wieder in sich und merkt so, ja, ist ja auch kein Wunder, dass du das nicht verstehst, weil ja auch Quark, so in diesen Austausch sozusagen reinzugehen. Das finde ich, klingt gut, also dieses Prinzip daran sozusagen. Außerdem hat es einen knackigen Namen und wenn es einen knackigen Namen hat, kriegt man es auch wieder einfacher verkauft als, das ist das Unternehmensforum, ja, oder was auch immer, was es ja gibt. Also das hat ja auch manchmal eine Historie. Das ist, das gefällt mir gut daran, vom Startpunkt her. Mein Bonmot des Tages. Ist kein Wunder, dass es keiner versteht, ist ja auch Quark. Ich finde noch einen anderen Aspekt brutal interessant, der jetzt auch immer wieder durchklingt. Im Prinzip, gerade obwohl es, man möchte ja meinen, wenn das mein eigenes Ziel ist und ich motiviert bin oder erscheine, dann wird es ja auch kein Thema sein, das zu verfolgen, dran zu bleiben und umzusetzen. Doch so läuft ja der Alltag nicht. Also wir werden ja von 100.000 Sachen am Tag abgelenkt. abgelenkt. Wir haben natürlich auch Interessen von anderen zu jonglieren, sei es die Arbeit, sei es die Familie, sei es anderweitige Verpflichtungen, wie man irgendwann mal eingegangen ist. Und deswegen heißt es ja auch so häufig, wir haben gar kein Wissensproblem bei der Umsetzung unserer Ziele, sondern tatsächlich ein faktisches Umsetzungsproblem. Und du sagtest so schön, Caro, auf der einen Seite, dass das das Commitment stärkt. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Aspekte da dran, immer wieder diese Spiegel, vier andere spiegeln einen, man selber spiegelt sich, weil man da jetzt antreten muss oder sich verpflichtet hat. Wenn man es bis dahin schafft, dann schafft man es ja auch, irgendwie seine Ziele zu verfolgen. Ich glaube, dass die Dynamik extrem spannend ist, immer wieder den Fokus zu schärfen, auf was wollte ich denn erreichen, was ist der nächste Schritt. Und dann nicht nur diese vier Leute zu haben, sondern je Woche ein System, auf das du dich verlassen kannst, was so entwickelt wurde, dass du eben einen Schritt näher kommst. Das finde ich brutal spannend und deswegen die Frage an dich, nach zehn von zwölf Wochen, bist du zehn Schritte von zwölfen näher gekommen, ist das Ziel dann mit zwölfen erreicht? Was würdest du sagen? Ich glaube, ich habe erkannt, dass mein Ziel, also dass es keine Ziellinie gibt bei meinem Ziel, sondern dass es was ist. Also ich kann das ja offen sagen, es ist kein superpersönliches Ziel. Ich habe ja eben gesagt, dass ich, bevor ich in diesen agilen Kontext gegangen bin, im klassischen Projektmanagement unterwegs war. Dementsprechend war mein Wollziel, wie schaffe ich es, meine Position zwischen oder entweder oder klassisches Projekt oder agiles Projektmanagement zu finden. Also wie finde ich mich da ein und wie schaffe ich es, da eine gute Position zu finden? Genau. Und ich habe dann recht schnell erkannt, naja, es wird halt nie den Punkt geben, wo ich sage, so jetzt habe ich für mich entschieden, ich bin jetzt zu 70 Prozent da und zu 30 Prozent da, sondern das wird wahrscheinlich immer situationsabhängig sein und irgendwie, ich baue mir auf beiden Seiten Kompetenzen auf und schaffe es halt, die dann anzubringen, wenn sie nötig sind. Deswegen, ich bin bestimmt nicht zehn Zwölftel an meinem Ziel sozusagen dran, aber ich habe jetzt so ein paar Dinge an die Hand bekommen, wo ich einfach weiß, okay, das sind kleine Steps, die ich machen kann, um mehr darüber zu erfahren oder besser zu werden in dem oder ja, dann vielleicht dem Ziel näher zu kommen, aber es wird wahrscheinlich nicht diese Ziellinie so geben. Ja, es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, das zu 100 Prozent, ja. Da gibt es ein schönes Zitat von so einem, Entschuldigung, da gibt es ein tolles Zitat von so einem Podcast, geht lustigerweise um Fitness und Ernährung, jeden Tag sozusagen eine bessere Sündung, von sich selbst zu werden, ja, also was ist schon dieses endgültige Ziel, also je mehr man geht und je länger man geht, desto mehr weit man, das Ding ist immer weiter weg, aber sage ich jetzt mal, was ist man besser als davor? Das ist, glaube ich, diese Spiegeln, ja, und diese Auswärts zum Ziel und wenn es sozusagen reicht, ne, das ist gar nicht mehr der richtige Zickel. Tschüss. Ist auch das für einen selber, ja, weil das zahlt ja wieder auf einen selber ein, ja, dafür ist das Ding ja halt vom Ausgangspunkt her ist das auch in einer Erkenntnis, die für einen selber wertvoll ist. Ja, du hattest dich gemeldet. Ich hätte noch eine Verständnisfrage, für mich ist das immer völlig neu, also es gibt natürlich viele Aspekte, die grundsätzlich natürlich, ich glaube, irgendwo in anderer Form immer wieder über den Weg laufen, vernetzen und austauschen und so weiter und so fort. das ist halt jetzt, glaube ich, vielleicht werden wir jetzt eine Struktur gebracht, aber was mich interessieren würde, ist das jetzt eigentlich nur ein Kontext zur Arbeit, sprich, ist das jetzt etwas, was man in beruflichen Themen tut, weil wir haben vorhin schon das Schlagwort Haltung und so weiter und so fort gehört, es hat für mich so auch so ein bisschen den Charakter von dieser Persönlichkeitsentwicklung. Verstehst du das? Also gar nicht das Ziel im wirklichen Sinne der Motivator ist, sondern eigentlich auch die Bereitschaft, im Grunde genommen seine eigene Persönlichkeit jetzt im Grunde genommen weiterzuentwickeln und vielleicht eventuell auch überhaupt erst mal, ich sage jetzt mal, entstehen zu lassen, weil man muss ja auch immer auf der anderen Seite sagen, das hattest du ja von deiner Erfahrung her auch, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten, dass es ja auch sehr introvertierte Menschen gibt und jetzt muss ich auch einmal auch in diesem Working-out-Loud-Konzept ja eigentlich auch schon in dieser Gruppe im Grunde genommen extrovertierter sein, als ich es vielleicht unter Umständen normalerweise bin. Das wäre das eine Thema, was ich so vom Verständnis her nochmal gerne nachgefragt, hätte. Und das Zweite ist, was mir auch aufgefallen ist in deiner Präsentation, war ja, dass es einen Unterschied gab zu dem Thema Hilfe geben und Hilfe anfordern. Also es gab ja bei dir nie diese, in Anführungszeichen, diese Pull-Aktion, sondern es gab ja immer so dieses Thema, du bist ja letztendlich immer passiv. Also du hast zwar dein Ziel, du versuchst natürlich irgendwie in den Weg zu gehen und versuchst, sich zu entwickeln, aber du forderst ja nie was konkret ein, sondern du lebst ja von dem, was fast schon wie diese dibetanischen Mönche, die nur nehmen, was sie geschenkt bekommen. Aber wo du sagst, das ist eine ganz andere Voraussetzung, bedeutet aber auf der anderen Seite, dass alle anderen, die in diesen Konzepten mitwirken, ja auch sich dessen bewusst sein müssen, dass sie da ja im Grunde genommen eigentlich die Triebfeder sind. Also nicht der, der sich das Ziel setzt, hat die Triebfeder, sondern die, die dazu beitragen, dass er Unterstützung erfährt oder sie Unterstützung erfährt. Das hat ein bisschen kompliziert erklärt, aber das war es ein bisschen. Alles gut, ich versuche mal darauf zu antworten und du sagst einfach Bescheid, ob was fehlt. Zur ersten Frage, Ziel, ich würde durchaus unterstreichen, dass man auch in einem persönlichen Ziel reinkommen kann. Also es muss auf jeden Fall nicht verpflichtend beruflich bezogen sein. Deswegen meinte ich ja eben vielleicht, weiß ich nicht, hast du halt in deiner Jugend ständig, keine Ahnung, Gitarre gespielt und warst da super gut drin, hast du aus den Augen verloren. Dann kann dein Wollziel zehn Jahre später sein, ich möchte damit endlich mal wieder loslegen, ich war da gut drin, also ich will mir dafür Zeit nehmen. Das kann durchaus auch ein Wollziel sein. Es ist halt die Frage, gut, gibt es da irgendwie Menschen, die dich dabei unterstützen können, ja, vielleicht suchst du durch den Wollzirkel einen Gitarrenlehrer und machst vielleicht mal deinen ersten Auftritt. Ich weiß nicht. Also es kann durchaus auch ein privates Ziel sein, das ist auf jeden Fall nicht auf den beruflichen Kontext gepresst. Und zu deiner zweiten Frage mit dem Pull and Push, ich habe gerade mal in den Guide parallel dabei so ein bisschen geschielt, der macht das ganz schlau. Also wenn es eine Übung gibt, irgendwie, ich sehe gerade im ersten Guide gibt es eine Übung, erstelle deine Beziehungsliste. Und das Letzte ist dann immer, wenn du diese Übung erreicht hast, stell sie deinem Zirkel vor. Du stellst es dem Zirkel aber erst mal vor und lässt es so da stehen und dann baut das wieder darauf auf, dass das Menschen sind, die irgendwie von sich aus Hilfe anbieten möchten und dann anspringen auch vielleicht irgendwie, hey, ich sehe, du hast super viele Coaches, ich kenne auch einen Coach, nimm den mal auf in deine Beziehungsliste. Ich habe gesehen oder du hast erzählt, du hörst gerne Podcast, ich kenne da einen für dich. Du kannst natürlich auch mit ganz konkreten Fragen reinkommen. Ich bin auch in ein paar Zirkel rein und meinte so, oh Leute, es läuft diese Woche irgendwie nicht gut. Ich stehe da irgendwie vor der und der Frage, habt ihr da was für mich? Also so geht das natürlich auch, ganz konkret Fragestellen und darum um Hilfe, oder deswegen um Hilfe bitten, um eine Antwort bitten. Aber letztlich ist viel einfach mal erzählen und andere darauf reagieren lassen. So würde ich es mal beschreiben. So habe ich es wahrgenommen. Also wenn man erzählt, was ist in den letzten Wochen in Bezug auf dein Ziel passiert, wie geht es dir damit, dann erzählst du ja schon ganz viel, wo hängt es vielleicht gerade, wo läuft es gut, wo bist du unsicher und dann ist es halt eben dieser Job der anderen und dann eben auch für dich, wenn jemand anderes erzählt, darauf anzuspringen und zu sagen, da kann ich vielleicht ansetzen mit der Person oder mit dem Tipp oder mit dem Zeitungsartikel, den ich gesehen habe. Das baut halt ganz viel darauf, also das ist meine Erfahrung, baut ganz viel darauf auf, wie andere darauf anspringen. Aber du kannst auch mit direkten Fragen kommen. Aber Ralf ergänzt mich gerne. Ja, genau. Oder widersprechen wir, ist auch okay. Nein, 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 überhaupt nicht. Also was irgendwie, ich habe das schon, ich bin jetzt schon bei zwölf schon durch und was irgendwie, aber es sind alles eben persönliche Empfindungen, die er natürlich dann anders wahrnimmt. Zum einen, wie du gesagt hast, in Woche eins ist diese Beziehungsliste, das ist eine Art Fokussierung ganz wichtig, finde ich. Da geht es in Richtung Fokussierung, also ein bisschen, wer, welche Beziehungsleute oder welche Leute können mir helfen bei der Erreichung meines Zieles. Und diese Liste wächst und du wirst halt durch den Guide geführt, da wirklich auch das Netzwerk aufzubauen, um zu diesem Ziel zu kommen. Also es ist auch ein wirkliches aktives Netzwerken, also wirklich geschickt. Da kommen viele Sachen rein mit Netzwerken, kommen viele Sachen rein mit Fokussierung, Commitment etc. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Carolin, ohne zu spoilern, wieder, ich fand Woche fünf die spannendste, weil, weil jeder dann Fakten über sich erzählt und zwar irgendwie 50 Fakten und dann war bei uns im Zirkel dann auf einmal so dieser Schritt, jetzt sind wir wirklich aus Fremden sind Freunde geworden beinahe, weil du wirklich bei 50 Fakten du es nicht hinterm Berg hältst zu sagen, okay, mein Lieblingsessen ist Pommes und trinke gerne Bier, sondern bei 50 Fakten kommt ein bisschen mehr rein. Keine Ahnung, ich bin gerade in der zweiten Ehe oder irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer oder irgendwie die zweite Geburt, Zwillinge waren heftig oder whatever. Und dann bist du irgendwie, dann hast du diese Dinge überschritten zwischen Bekannte oder Fremde zu Bekannten zu beinahe Freunden und dann traust du dich auch mehr, also Vertrauen, du vertraust den Leuten Informationen über dich an und traust dich und du kriegst ein Vertrauen auch auf der anderen Seite und deswegen ab Woche 5, 6 kann es sein, wie das mal regelmäßig reinkommt, oh, das war so eine Scheißwoche, das und das ist passiert, ich habe mich geärgert oder die E-Mail von meinem Boss bekommen, bla 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 und die anderen, das ist wieder so eine Schicksalsgemeinschaft, die sich gegenseitig ein bisschen stützen. Also das war bei uns ab Woche 5 zu erkennen auf jeden Fall. Und wir haben jetzt noch irgendwie Kontakt, also einmal alle zwei Monate, weil jeder so sein Ziel mehr oder weniger verfolgt hat, weiter. Der eine hat sogar Stopp gekündigt, woanders angefangen und dann wird ein bisschen ergänzt, wo sich gerade jeder steht und das macht keinen Sinn mehr, jede Woche sich zu treffen, aber alle paar Wochen macht das Sinn, weil die Leute sind mit dem Ziel auf die Reise gegangen, ich will mich verändern ein bisschen und ich brauche jemanden, der mich da begleitet oder sich gegenseitig stützt und drei von vier sind auch, von fünf sind auch wirklich dann weitergegangen und haben wirklich teilweise das halbe Leben umgekrempelt ein bisschen oder irgendwie einen Job gekündigt. Also das war schon heftig. Ich würde da ganz gerne nochmal einhacken, auch aus dem Verständnis heraus. Jetzt setzt ja dieses ganze Konzept voraus, dass man tatsächlich ein Ziel hat. Häufig ist ja auch das Problem, dass man noch gar kein Ziel kennt. Also von daher brauche ich ja da jetzt, die Frage ist halt, was ist jetzt da eher da, die Henne oder das Ei? Muss ich vielleicht unter Umständen erstmal rausbekommen, was, weil Ziel hat ja auch so ein bisschen, wenn es jetzt im Privaten ist, den Charakter von Sehnsucht, von etwas Unerledigten, eigentlich etwas, wo ich sage, ja, kann ich jetzt auch gar nicht richtig greifen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr häufig auch etwas total Unterschwelliges, was total Verdecktes ist. Also wir kommen da schon wirklich in das Thema Psychologie und deswegen hatte ich vorhin auch mit Persönlichkeitsentwicklung das Thema mal so angeschnitten, weil dieses sich öffnen, was du jetzt auch gerade eben nochmal mit diesen 50 Fakten, da jetzt aufgezeigt hast, ist ja eine totale Öffnung. Aber ich wollte nochmal zurück, wenn es dann tatsächlich erstmal darum geht, dass man das Ziel, weil es macht ja keinen Sinn, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt irgendein Ziel, hauptsache ich habe irgendeines, damit ich mit Wohl anfangen kann, weil ohne Ziel kann ich mit Wohl nicht anfangen und es wäre schade, wenn ich jetzt da nicht an den Start gehe, sondern manchmal ist ja vielleicht eventuell auch eine andere Vorarbeit notwendig, um dann tatsächlich das Thema sinnvoll anpacken zu können. Also ich bin gerade... Dann hast du eventuell kein Wohl... Entschuldigung. Mach ruhig. Dann ist vielleicht Wohl in dem Moment überhaupt nicht zu dich. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu platt, aber wenn ich darüber nachdenken muss, was habe ich für ein Ziel, damit ich in der Gruppe sein kann, um über Ziele zu reden und du in dem Moment kein Ziel hast, weil du in dich ruhst, keine Ahnung, dann brauchst du es nicht. Das habe ich jetzt nicht so schlafen. Da fehlen nicht drei Synapsen dafür. Wenn das ein Zickel ist, was sozusagen halt, wo du Leute suchst, um über deine Ziele zu reden, um Ziele zu erreichen, ja, so, und du hast aber keins, also weil du für dich selber zufrieden bist, in dich ruhst, also weil du da bist, wo du bist und dich gut fühlst, ja, also für dich auch keinen Antrieb hast oder keine Notwendigkeit hast, irgendwo auf etwas einzuzahlen, weil du da bist, wo du bist, gut bist, das meine ich, weißt du, dann warum solltest du wohl machen? Also wenn ich in mich ruhe und etwas gefunden habe, warum soll ich im buddhistischen Tempel reingehen? Es ist eine gute Idee, das ist gut für andere, aber für mich ist das gerade nichts. Das ist eine Wahl. Das meine ich. Verstehe ich, da gibt es für mich jetzt eigentlich zwei Abers. Das eine Aber ist, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, häufig gibt es ja die Situation, dass ich gar nicht weiß, dass ich unterschwellig eigentlich irgendeine Sehnsucht habe und diese Sehnsucht nenne ich jetzt einfach mal Sehnsucht, weil es vielleicht unter Umständen irgendein Wunsch ist, den ich nie als Ziel umgesetzt habe. Das können wir ja durchaus sein. Also diese Situation kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das Zweite ist ja, dass dieses Konzept von Wohl, dass sich austauschen, das eine Gemeinschaft zu bilden, dort im Grunde genommen, sich auch persönlich weiterzuentwickeln und sich zu vernetzen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ist ja auch ohne Ziel vielleicht eine sehr, sehr reizvolle Geschichte. Ich meine, dieses Meetup an sich ist ja auch nichts anderes als ein sich vernetzen, sich austauschen, vielleicht auch, wenn man häufig genug zusammenkommt, auch eine Form von Gemeinschaft und von sich kennenlernen und sich öffnen. Also von daher, ich denke, das Wohl hat auch Komponenten, die man durchaus auch ohne Zielsetzung anstreben könnte. Das wäre spannend zu wissen. Caro, hast du Unterlagen im Kopf? Ich muss nicht vorzeigen, sondern startet das ganze Thema irgendwo mit, okay, und in diese Box schreibst du bitte dein Ziel rein und dann suchst du dir einen Wohlzirkel? Also da ist jetzt die Frage, was möchte denn das Framework? Nimmt uns das da an die Hand und beantwortet die Frage, die die beiden gerade diskutieren oder nicht? Ich habe mal hier den ersten Guide geteilt. Moment, ich gehe mal kurz zum Titel. Woche 1, seht ihr, oder? Meine PDF finde ich gerade wird gut. Woche 1, genau, da ist eben das Ziel oder worum es in Woche 1 geht, fokussiere dich auf dein Wohlziel. Das ist so ein kleines Eingeplänkel und was ich euch gerne zeigen möchte, um auf die Frage hinzukommen. Genau, erste Gruppenübung ist erstmal was führt dich hier hin, dass man so ein bisschen berichtet, wie bin ich hier gelandet und dann geht es eben auch darum und das darf auch gerne in diesem Meeting dann passieren, dein Working Out Loud Ziel für die kommenden zwölf Wochen. Ich würde euch jetzt nicht den ganzen Guide dazu vorlesen, aber durchaus bietet die Woche 1 eben durch diese Übungen oder durch die Fragen, die hier auch gestellt werden, die Möglichkeit, auch erst da das Ziel konkret festzuhalten. Vielleicht kommt man mit einer Idee da rein oder man weiß, in welchem Bereich man unterwegs sein will, hat aber noch keine klare Formulierung und da kann dieser Guide durchaus hilfreich sein und ich habe eben auch ein paar Satzanfänge gefunden oder auch Fragen, die man sich stellen kann, wenn man sein Ziel eben wählt. Also ist es dir was, was dir wichtig ist? Kannst du von Erfahrung anderer profitieren? Kannst du es als Lernziel formulieren und kannst du in zwölf Wochen einen Fortschritt machen? Damit kann man vielleicht sein Ziel hinterfragen. Wird dann alles eben nochmal erklärt. Ich habe eben aber auch ganz nette Satzanfänge. Genau. Wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, wie man so ein Ziel anfängt zu formulieren, schlägt der Guide hier eben auch was vor. Ich wäre gern besser in etwas. Ich würde gerne mehr erfahren über etwas. Ich würde gerne mehr Leute kennenlernen, die... Und vielleicht bietet das halt schon mal eine Grundlage oder bietet eine gute Grundlage, um mal zu starten. Also nein, man muss nicht mit einem perfekt finalen Ziel in Woll einsteigen. Und irgendwo stand auch hier, dass es durchaus erlaubt ist, das Ziel anzupassen und nicht statisch durchzuführen. Und hier ist auch nochmal als Inspiration, ja, Ziele anderer oder womit haben sich andere schon beschäftigt. Vielleicht hilft das auch, einen guten Start zu machen. Aber ich würde Stefan auch zustimmen, nichts probieren, nur um die Methode durchzuspielen, wenn das nicht das ist, was mir irgendwie dienlich ist. Aber genau, um einen guten Einstieg zu machen, vielleicht hilft das, wenn man doch schon irgendwas im Kopf hat. Es könnte auch sein, ich will mehr über Woll erfahren, um auszuprobieren, ob das was für mich ist. Ja. Oder mein Personal Branding irgendwie bezüglich Netzwerk irgendwie zu schärfen. Ja, kann auch sein. Ja. Aber darf ich mir kurz, kurz schnell eine Frage noch stellen. Wie terminiert ihr denn dann die Ziele? Sind das dann Ziele, die so ausgeregt sind, dass sie in diesen zwölf Wochen zu erreichen sind? Das ist ja auch ein Merkmal von einem Ziel, dass es ja zeitlich irgendwo quantifizierbar sein soll. Oder ist diese zwölf Wochen nur die gemeinsame Arbeit? Ich kann jetzt aber auch ein Ziel definieren. Blödsack, wo ich sage, ich möchte in einem Jahr 15 Kilo weniger wiegen. Also ich habe es gerade nochmal in dem Guide durchgelesen. Also selbst als Gruppe definiert man da glaube ich nichts. Oder sagt man zu Anfang, ich möchte in den zwölf Wochen 50 mehr Menschen auf LinkedIn haben? Nee. Genau. Also der Guide sagt hier eigentlich nur, dass es etwas sein soll, was du in den zwölf Wochen erreichst oder wo du merkliche Fortschritte machst. Aber man startet jetzt nicht am Anfang und nicht, dass ich mich erinnern kann, damit zu sagen, wann habe ich merkliche Fortschritte erreicht? Was sind meine Kennzahlen, die das dann irgendwie belegen? Du kannst ja in zwölf Wochen dein Trainingsprogramm definieren oder die ersten fünf Kilo von deinen 15 oder 20 erreichen. Whatever. Also einfach nur Fortschritte. Was will ich denn fokussiert Fortschritte und vielleicht brauche ich ein Feedback dazu oder möchte ich nicht alleine machen, sondern wäre gut, eine zweite, dritte Meinung zu haben. Sehr gut, danke. Ich hadere irgendwie noch mit einem Punkt, der mir heute das erste Mal aufgefallen ist. Also du hattest am Anfang gesagt, man kann das auch mit Kollegen und Freunden starten und man macht das auch in manchen Unternehmen versus dem Punkt, dass es sinnvoller ist, das mit Fremden zu machen, weil man dort weniger Druck hat, sich vielleicht mehr öffnet und über bestimmte Themen offener reden kann. Und diese Diskrepanz, die kriege ich gerade nicht so richtig aus dem Kopf. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man das eingeübt hat und so ein bisschen Routine hat und sich auf den Prozess verlassen kann, dass es dann im Unternehmen oder mit Bekannten funktioniert, aber wäre es nicht geschickter, zumindest mal die ersten ein, zwei zu machen mit wirklich Fremden. Aber ich glaube, das scheint mir ein essentieller Part zu sein. Ja, also ich würde jetzt auch rückblickend zustimmen, dass ich froh bin, dass ich das erst mal außerhalb des Unternehmens gestartet habe, auch einfach um die Methodik mal zu verstehen. Das war ja auch Ziel meines Wollzirkels neben dem eigenen Ziel, was ich mit reingebracht habe. Also genau, um einfach die Methodik mal zu verstehen, auch so ein bisschen losgelöst zu sein. durchaus, würde ich sagen, starte das ganz frei. Wie gesagt, wenn eben das Ziel auch von der Methode Woll ist, dass ein Unternehmen sagt, ich will Silo-Denken aufbrechen oder ein Unternehmen diesem Problem entgegensteht, kann Woll im Unternehmen eben eine Möglichkeit sein, das aufzubrechen, Silo-Denken, Abteilungstrenzen. Und dann würde ich schon sagen, Woll im Unternehmen funktioniert. Wobei ich da dann auch wieder abschwächen würde, mach es halt vielleicht nicht direkt mit deinem Kollegen, der neben dir sitzt, weil den hast du im besten Fall irgendwie oder mit dem unterhältst du dich im besten Fall eh schon oder hast du irgendwie den Spiegel, der dir vorgehalten wird, dann triff dich doch mal mit einem Kollegen, den du sonst niemals getroffen hättest. Genau, deswegen, ich glaube schon, dass das im Unternehmen klappt. Wie gesagt, ich habe es ja selbst noch nicht probiert. Ich glaube, dass da ein paar Aspekte mit dranhängen, wie zum Beispiel, geh da ein bisschen über deine Abteilung hinaus, weil sonst erreichst du das Ziel des Abteilungsgrenzen aufbrechens ja nicht. Mit Freunden würde ich tatsächlich nochmal abschwächen und sagen, das wäre so ein bisschen das Letzte, was ich persönlich für mich machen würde. Weil auch da, nee, auch da habe ich im besten Fall so eine Beziehung zu den Freunden, dass die mir sagen, ich habe hier einen Tipp für dich oder das, was du gerade machst, ist Murks. Es ist aber nicht auszuschließen, weil vielleicht fällt es dir dann leichter mal, mit sowas wie Woll oder mit der Selbstreflexion oder was auch immer zu starten. Deswegen würde ich es nicht kategorisch ausschließen. Alles hat irgendwie seine Vor- und Nachteile. Wenn du aber wirklich, ich für mich habe das festgestellt, wenn man sich wirklich mal challengen will und auch das gehört ja zu Woll, mal mit Fremden irgendwie sich da mal präsentiert und da mal ein Feedback bekommt, dann mach das auch mit Fremden. Aber ja, persönliche Meinung, das ist aber das, was du auch irgendwie draus machst und draus machen willst. Okay. Das ist noch jemand. Hallöchen. Geht los. Hallo. Ich hätte gerne gewusst, also ich bilde mir jetzt ein, ich habe das verstanden, vor allem, wenn man es im Unternehmen für sich nutzen möchte, ist es ja quasi auch ein Tool des Change Managements. Jetzt habe ich am Anfang auch gehört, irgendwie, das sei agil. Jetzt meine Frage, inwiefern stärkt das denn ein agiles Mindset, um das sozusagen, um dieses Silo-Denken zu durchbrechen, zu helfen und dass man da tatsächlich irgendwie so mehr an die agilen Methoden rankommt. Also ich habe mich hier so ein paar Sachen notiert. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich würde gerne erst mal hören, wie du das denn einschätzt. Wo sind da die Stärken, quasi in die Agilität zu kommen mit WOL? Ich würde nicht sagen, dass WOL ein Weg ist, um in die Agilität zu kommen. Also ich glaube, das ist eine Methode, die aus der agilen Toolbox kommt. Warum sie da gelandet ist, kann John Stepper dann sagen. Das Ziel, was hinter WOL steckt, ist ja nicht agiler zu werden, sondern das ist ein persönliches Ziel durch Netzwerken erreichen und durch gegenseitige Unterstützung. Ich glaube aber auch, wenn man nochmal auf diese fünf Prinzipien schaut, irgendwie Growth Mindset und gegenseitige Unterstützung und Netzwerk und Beziehungen aufbauen, dass sich da doch schon das eine oder andere auch dann überschneidet mit auch den Grundsätzen, die agiles Arbeiten innehat. Ja, Ralf? Also ich weiß nicht, ich finde, das zahlt schon sehr auf diese agile Werte, auf dieses agile Mindset und auf die agilen Werte. Nicht auf die Werkzeuge, sondern auf die agilen Werte mit ein. Das ist, ich habe einen Respekt miteinander, ich habe ein Commitment, dass ich, wie ich zusage, mache ich das auch. Ich bin offen, habe auch eine, ja, habe auch eine Fehlerkultur, gehe über die Silo-Denken hinaus, teile mein Wissen mit anderen, nimm auch Hilfe an und biete auch Hilfe an. das ist schon vieles in das agile Akku, finde ich, das rein zahlt und das agile Konto, was halt dadurch ein bisschen forciert wird. Für Leute, die jetzt das nicht kennen. Wenn du nur irgendwie, du hast nur deine Abteilung und da gehst du morgens rein und mit den fünf Leuten gehst du eine rauchen und irgendwie Mittagessen und dann gehst du wieder raus, dann kennst du das nicht unbedingt. Wenn jemand anders anruft, der wird schon erst mal nein, kategorisch, vielleicht oder erst mal finden, vielleicht. Also ich finde, ich finde, es bricht schon ein bisschen auf, wenn es klassisch ist und wenn die vielleicht noch von den Räumen getrennt sind und es wirklich noch dieses Abteilungsdenken ist, wie gegen den Rest, dass das aufgebrochen wird. Also gerade, was du vorhin gesagt hast, wenn das noch nicht über, nicht die Freunde, sondern genau eben die andere Abteilung, nicht deine Bubble, sondern ein anderes, eine andere Generation und idealerweise nicht nur deine Level, sondern ein Level höher oder ein Level drunter, umso besser. Und wenn die sich dann irgendwie in der Kantine irgendwie treffen und miteinander irgendwie eine Kürbos essen, egal welcher Level die gerade eben sind, dann go for it. Jetzt wird sehr idealistisch gesprochen, aber ich finde irgendwie, das zahlt irgendwie in die Richtung ein. Ich tue mich mit dem Wort Agilität an sich als Nomen immer schwer. Das mit den agilen Werten hast du mich dann sozusagen praktisch wieder, gerade als er über die Klippe gehen wollte, sozusagen wieder. Also das meine ich, nicht Agilität, sondern agile Werte, agiles Mindset. Ja, ja. Ja, dass du nicht Scrum brauchst, aber du kannst ja klassisch bei Projekt bleiben, aber wenn einer, wenn das agile Mindset im Sinne von, wenn ich kenne jemand oder ich helfe doch jemand, wenn er mal Fragen hat oder so, dann kann ja das, kann es ja trotzdem noch Wasserfall irgendwie sein und trotzdem, wie hilft das dem Projekt oder für mich dem Prozess und der Welt. Das wäre eigentlich eine gute Brücke jetzt, um zu dem anderen Thema überzuleiten. Was für ein Head-Over? Ja, weil so eine Wasserfall versus Agil, klassisch versus Agil, das sind so verschiedene Punkte, die, wo ich immer etwas nervös werde, ja, also, aber ich glaube, wir sollten vielleicht das Thema irgendwie abschließen, abrunden, oder? Nach, nach, so. Kann ich versuchen, so elegant wie möglich zu machen, erst in einem fetten Dankeschön an Caro. Ich glaube, wir könnten schon noch eine ganze Weile, weil wir sind gerade jetzt am Anfang, das so persönlich zu interpretieren und einzuordnen. Wir können das sehr wohl noch mindestens eine Stunde und länger fortsetzen. Also, ganz toller Impuls, spreche ich, glaube ich, für die Gruppe, die Daumen hoch und klatschen, genau, Koppeln, nickende Köpfe, mega, ist dir sehr gut gelungen, wie mich auch, den Rest der Gruppe hier, mitzuziehen in deine Welt und was du da gerade erlebst. Ich glaube, in gewisser Weise sind wir alle ein Stückchen neidisch, denn ich hätte schon so zwei, drei Ziele, der Stefan hat auch schon eins formuliert und bevor ich überleite in den zweiten Teil des Brückentags, vernetzt euch gerne, ich habe die Caro hier ihr LinkedIn-Profil immer noch reingestellt in den Chat. vielleicht mal ganz verwegen die Frage, ob wir tatsächlich wechseln sollen oder ob wir bei dem Thema bleiben sollen. Ja, so ein Wechseln des Wechselns Willen müsste man nicht tun, aus meiner Sicht. Frage in die Runde einfach. Das ist ja auch die Freiheit und die Beweglichkeit, die wir haben. Dafür sind wir eine Community, das muss ich tatsächlich nicht entscheiden. Wie geht es denn euch damit? Ist das eine gute Stelle für den Switch? Habt ihr, weil es auch sicherlich, also es könnte sein, dass jemand dabei ist, primär wegen dem Thema PM und Scrum miteinander verknüpfen und jetzt schon kribbelig wird, schaffen wir das noch in den letzten 56 Minuten. Wir könnten eine Hybridlösung machen und primär über die Definition von Silos, Agilität und Werten reden im Kontext von WOL, dann haben wir vielleicht beides, aber wie gesagt, war nur so eine Idee. Das ist jetzt immer die thematische Blutgeräte, mein Freund. Ja. Noch Breakout auch machen. Wer Lust hat, geht in Breakout und führt da das Thema Wolf fort, wenn sich jemand bereit erklärt, darin auch zu moderieren, denn ich würde tatsächlich dann in der anderen bleiben. Auf der anderen Seite greift es auch ein Ziel auf, also Stefan zum Beispiel, der Herr Scharf, beschäftigt sich damit. Projektleitung hat er jetzt geschrieben, also klassische Projektmanagement-Ansätze an Scrum anzudocken oder andersrum, das ist ja erstmal Wurst, je nachdem, welchen Stecker man in der Hand hält und in welcher Welt man sich gerade befindet und das ist ein persönliches Ziel und witzigerweise haben wir schon so eine Art Wollzirkel, ohne zu wissen, was das war und wir haben nicht wirklich einen Wollzirkel, weil wir machen das unstrukturiert, aber der Stefan, der Frank, noch ein paar andere tauschen sich schon regelmäßig aus, um zumindest dem Stefan an seinen Zielen zu helfen. Ich weiß nicht, inwiefern Stefan anderen hilft, mir hilft er ja schon, für andere kann ich nicht sprechen, aber irgendwie haben wir schon intuitiv diese Dynamik im Gange und deswegen wäre es schon eine schöne Brücke in dieses Hybridisierung. Ich hau mal einen raus. Ich habe ja diesen Guide ja noch nie gelesen. Ich lese den Guide mal durch und wir können auch einen Zickel draus machen. Wir sind ja offen für Neues. Das war ja mal eine Idee im Vorfeld auch, aber ich glaube, das widerspricht so ein bisschen dem Konzept, weil wir dann ja alle dasselbe Ziel hätten. Vielleicht ist das okay, vielleicht ist dein Mord ein anderer Mord. Womit ich ja völlig, also weißt du, also es ist ja ein freies Land, wenn dein Mord ein anderer Mord ist, dann ist das ja, ist das okay? Weißt du, also ist ja jeder frei sein Evangelium zu erzählen. Ich bin für Experimente offen. Können wir jetzt das Wort überführen? Wir können das ja mal probieren. Wir machen mal einfach einen Post auf LinkedIn und sammeln mal, wer mitmachen möchte. Dann finden wir fünf Leute und sagen, wir probieren das einfach aus. Die Idee finde ich durchaus gut. Wir können ja schon mal nehmen, was da ist. Wir sind ja nicht auf null. Wir können ja fragen, die Community fragen, ob das für sie okay ist. Also wäre jetzt so mein Vorschlag. Das ist alles schöner an der Community, dass wir die auch selbst organisiert haben wollen. Macht doch mal draus, was ihr daraus gerne machen wollt. Und wenn jemand die Idee hat, dafür die LinkedIn Community zu nutzen, um dort einen Post zu posten, bitte. Und dann gucken wir mal, welche Dynamik sich einstellt, wer welche Ziele verfolgt und ob sich da etwas draus ergibt. Da gibt es ja, Caro, ich habe es richtig verstanden, da gibt es keinen Moderator. Nö. Sobald da sich fünf Leute gefunden haben, Oni war, los geht's. Gut. Ja, machen wir das so. Machen wir das so. So, und dann moderiere ich mal fertig über, also wer sich mit Caro gerne direkt vernetzen möchte, tut das ganz gerne über diesen Link, den ich hier reingestellt habe, auf LinkedIn. und wir schauen mal drauf, wie wir Projektmanagement und Scrum aneinander gedockt bekommen und das ist ein ganz freier Austausch. Also Stefan arbeitet tatsächlich da an einem, vielleicht irgendwann Standard, aber auf jeden Fall an einem systematischen Aneinanderdocken. Alle anderen, ich weiß zum Beispiel mit Sebastian, war ich zusammen in einem Projekt noch letztes Jahr, wo beide Welten an manchen Stellen kollidiert sind, an manchen Stellen sehr gut funktioniert haben. Also in der Praxis gibt es das. Das ist kein Gehirngespinst. Ganz offen möchte jemand Erfahrung teilen, wie das geht oder Geschichten oder Projekterfahrungen und starten wir mal so rein, mal sehen, ob es dieses Beispiel mit der Waschstraße, dieses Künstliche ihr überhaupt braucht. Mag jemand mal was teilen? Ein Erfahrungswert oder ein Erwartungswert oder ein selbst ein Kontrastatement? Nee, sorry, das ist nicht füreinander gemacht. Bitte don't abuse the frameworks. Ich würde beides machen. Ever change your running systems. Also ich bin, also meine Erfahrung ist, dass die, also dass ich aus einer sehr agilen Welt gekommen bin, allerdings eher unsystematisch, dann in die klassische Projektmanagement Scrum-Schiene geraten bin und danach in die klassische Scrum-Schiene und meine Lehre aus diesem Ping-Pong ist tatsächlich so ein bisschen dieses Hybrid-Modell und zu sagen, man kann die gut kombinieren, aber man sollte die auch irgendwie in gewissem Sinn in Ruhe lassen und nicht anfangen, die zu sehr zu vermischen. Das ist auch in der Diskussion mit dem Stefan so eines meiner Mantras. Wenn ich Scrum mache, dann lass mir das Scrum bitte in Ruhe. Dann lasse ich bitte den Produkt, genau, das ist nur so meine Erfahrung, der Product-Owner ist der Owner des Produkts und nicht irgendwie der Product-Manager und nicht der Scrum-Master und nicht der Project-Manager und so, dann nehme ich das bitte so, wie es ist, zumindest mal, bis ich das zehn Jahre lang gemacht habe und dann kann ich mal anfangen, das zu modifizieren. Während aus meiner Sicht das Thema Silos und Agilität und klassisch sich gar nicht so gegenübersteht, sondern dass das oftmals nur ein verbaler Konflikt ist, während, weil nämlich in meiner Welt ist klassisches Projektmanagement erstmal überhaupt nicht an Wasserfall gebunden, sondern klassisches Projektmanagement deckt andere Themen ab als ein Scrum. Die überlappen sich an manchen Stellen, aber im Wesentlichen deckt es andere Domains ab. Und das war die Idee auch hinter unseren bisherigen Diskussionen zu sagen, wir haben eher sowas wie eine Matrix und in den einzelnen Domains, jetzt mal in der klassischen Wording, also sowas wie Ressourcen und Time Management und Budget und Risiko, gibt es Elemente, die gibt es sowohl in einem Scrum, manchmal implizit, manchmal explizit und das gibt sie halt in jedem anderen Modell auch. Also ich meine, in jedem Projekt, was ich habe, gibt es nochmal Risiken, ob ich die jetzt manage oder nicht, ändert an den Risiken erstmal nichts. Und die meisten Systeme haben irgendeinen Mechanismus, den sie vielleicht nicht Risikomanagement nennen, aber irgendwas gibt es dort auf jeden Fall. Das ist so meine Erfahrung. Und die Idee mit dem klassischen Projektmanagement oder die Idee hinter dem Scrum, fangen wir so rum an, aus meiner Sicht macht Scrum ein paar Sachen sehr gut, die nicht die Sachen sind, die die meisten Leute denken. Also Scrum mit der Agilität, man muss da keine Ziele setzen oder man ist da flexibel, was die Anforderungen angeht. Meiner Meinung nach ist das alles nicht die Magie, die Scrum mitbringen, sondern Scrum verhindert einigermaßen gut, dass die Leute in die Domains, in die Hoheit von anderen Leuten reinmanagen, nenne ich das immer. Und das heißt, die Lehre bei meinen Mitarbeitern, das Feedback, was ich von meinen Mitarbeitern bekomme, ist, gerade wenn die sehr gut sind, dann sagen die, geh mal weg mit dem Projektmanagement Zeug, der Projektmanager entscheidet eh meistens nur Käse und er soll halt die Leute entscheiden lassen, die wissen, wie das geht. Und deswegen, das ist für mich so ein Part, den ich sehr gut finde, ich als Projektmanager habe natürlich durchaus eine andere Meinung, aber ich weiß, verstehe, dass das der Teil ist, der in den Projektteams zum Beispiel sehr viel Overhead verhindert, indem man nicht großartige Spezifikationen schreibt, das wäre jetzt ein bisschen in der Wasserfallwelt, nicht Leute im Projekt mitschleppt, die gar nichts zu dem Ergebnis beitragen, Ergebnisse lange projiziert, aber nicht prüft, ob die tatsächlich eintreten. also das sind so die Themen, die im Scrum meiner Meinung nach essentiell sind und ich mache dann den Satz noch fertig, dann darfst du. Und die kollidieren überhaupt gar nicht mit klassischem Projektmanagement in meiner Denke. Ja, so, jetzt fertig. Ich würde mal eine Brücke schlagen zum Wollen. Und zwar geht es um das Einzahlen auf ein Ziel. Wenn wir davon ausgehen, wir hätten das Ziel, sollte alles, was im Projekt stattfindet, auf dieses Ziel einzahlen. Ich nehme alles daraus, sage ich jetzt mal, ist die Zieldefinition eine gute, ist das Ziel überhaupt ein gutes, ist das was Ethik, ich nehme das ganze Gedünse raus. Genauso wie bei Woll. Ja, es ist mein Ziel, Punkt aus. Und das steht für mich und steht für sich. Das heißt, wer bei der Projektmannschaft mit dabei ist, sozusagen halt, ich nehme ein altes Wort, das ist sozusagen ein Söldner, der halt sozusagen einsteht, auf dieses Projektziel zu erreichen. So, das wäre Punkt Nummer eins. So, alles, was wir am Frameworks, Methoden kennen, etc. sind, ist anders wie bei den Kinderfahrrädern, diese Hilfsdinger, die an den Seiten dran sind, damit die halt nicht umkippen, dass ich geführt werde, mein Fahrrad fahren. So ein bisschen, ja, aus meiner persönlichen Sicht. Das sind Denkmodelle, das sind Raster, das sind bestimmte Schubladen, die mir eine Hilfe geben, eine Stütze geben, sage ich jetzt mal, mit dem Projekt mein Ziel zu erreichen. Das ist immer so mein Bild. So, und das hilft mir, das hilft mir nicht. so, und in der Software waren klassische, sehr groß hierarchisch angelegte, sehr groß vorplanende, sehr im Detail planende Verfahren halt nicht großartig erfolgreich. Also, sie hatten in bestimmten Bereichen großartigen Erfolg, ja, also diverse Kampfflugzeuge oder was ist nie, alles, was, sage ich jetzt mal, erstellt worden ist mit klassischem Verfahren, ja, haben funktioniert. Also, es funktioniert. Wir haben fliegende Flugzeuge, das hat funktioniert. So, aber einige Sachen funktionieren dann nicht so gut. So, und da wurde ja vor ein paar Jahren was erfunden, ja, um das halt beweglicher zu machen. So, und dann haben wir ein Extrem auf der anderen Seite. Wenn ich auf der einen Seite Stützräder halt habe, die mir helfen sollen, ich habe alles definiert, dann geht nichts schief. Jeder Millimeter ist geplant, ja, dann falle ich nicht um, das kann nicht passieren. Funktioniert nicht, weil es das nächste Stöckchen und der Plan ist dahin und ich falle hin. Dann gibt es aber das andere Extrem, ja, in Scrum. Und wenn ich das extrem spiele, also diese, den völlig, den Lean-Teil und nicht das über das, sondern ich habe nur noch das, dann kann ich genauso auf die Nase fallen, was ich in diversen Projekten links und rechts bei Kollegen oder Bekannten oder im Projektumfeld sehe. Mich interessieren nur Projekte, mich interessieren keine Produkte. Punkt. Da kommt eine Mannschaft rein, die irgendwie zusammengewürfelt wird. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Freelancer drin ist. Das sind eure Kollegen, das ist dein Team. So, für die nächsten drei Monate oder ein halbes Jahr, wie auch immer. So, da ist Teambuilding manchmal auch Rückbau. Ja, so, also das ist sozusagen halt dieses, das ist gut, dass es bei Scrum diese Ideale gibt. Ja, da gehe ich hin. Ja, ich bin auch immer ein offener, ehrlicher, guter Mensch. Ist auch ein tolles Ideal. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Wie gehe ich in der Realität damit um? Ja, da brauchen wir vielleicht eine Beichte. Also brauchen wir noch irgendwas Zusätzliches, um das im Gelauf zu setzen. Und ich denke, es gibt einiges, was halt für die eine Welt gut ist und das macht sie sehr gut und das andere macht das in einem anderen Bereich gut. Es gibt, es gibt so einen gewissen Bereich, wo es sich so die Hand gibt, wo es so ein dieses über das gibt und dann macht diese Verbindung Sinn. Und da bin ich gerade, wie dieses Ideal aussieht, ich bin noch sofort fertig. Entschuldigung für diesen langen Auslauf. Da denke ich mir, da geht es was von Ratio fahren, aber viele machen das eigentlich. Also jedes Mal, wie ich mit Leuten rede, ja, ich mache also im Grunde genommen, also ich bin jetzt bei Agile Coach, aber ich mache ein agilen Projekt und wir sehen zu, dass wir halt das Projekt gewuppt bekommen. Ja, wenn ich aber die Foren reinschaue, dann sehe ich sozusagen halt die Evangelien, die mich in der Rheinkultur nicht weiterbringen. So, Punkt. Also da bin ich gerade. Das ist so meine Ergänzung zu Frank. Dass jetzt eine Ergänzung war, Frank, musst du entscheiden. Ja, ich bin nicht ganz konform bei dem Bild, dass das nur Stützräder sind oder nur Rahmenbedingungen, weil das sind ja auch, zumindest mal auch, Tools und Methoden und die zum Beispiel jetzt in dem klassischen Projektmanagement, Risikomanagement-Methoden, die es im Scrum schlicht nicht gibt. Also ich sehe da schon ein bisschen mehr als nur das Thema. Und ich bleibe bei dem einen Punkt, den du gesagt hast, auch anderer Meinung. Also die Projekte, die früher funktioniert haben und die jetzt irgendwie anders laufen und das Thema Agilität hat meiner Meinung nach wirklich einen anderen, also die Ursache, dass das funktioniert, ist eine andere, als man denkt. Ja, und die Ursache sind zwei Sachen. Das eine ist, früher war es sehr, sehr aufwendig und man musste die Umsetzung planen, weil die erneute Umsetzung sehr teuer war, ja, von der Softwareentwicklung über ein Flugzeug bauen, während in der Softwareentwicklung speziell einfach das Abreißen und Neubauen extrem billig geworden ist. Ja, und deswegen macht es gar keinen Sinn, sehr viel Aufwand in die Planung und Vorbereitung zu stecken, weil wenn ich hinten raus nichts sparen kann. Ja, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der so ein bisschen mit einhergeht, ist, dass die Leute, dass man es geschafft hat, zu viele Leute in die Projekte zu schaffen, reinzustecken, die nichts in dem Projekt zu suchen haben. Das ist so mein, das ist so ein Hidden Layer und Agilität. Hast du den zweiten nochmal? Den zweiten Satz? Genau, also aus der, kommend aus der Historie, ja, wir bauen Flugzeuge oder Raketen, die auf den Mond fliegen, hat man sich eine Orga gebaut, die das finale Produkt durch maximale Vorbereitung versucht zu stabilisieren. Weil man weiß, hinten raus wird es extrem teuer. Wenn die Rakete mal gebaut ist und ich stelle fest, oh, das war nichts, dann habe ich Unmengen an Geld versenkt, ja, die ich dann nochmal neu machen muss. Und in diesem Konstrukt, in dieser Welt, in dieser klassischen Welt, haben sich viele Rollen gebildet, die darauf abhängen, abzielen, das zu unterstützen. In der Softwareentwicklung brauche ich das alles nicht. Ja, in anderen Bereichen vielleicht auch. In der modernen Welt brauche ich das an vielen Stellen nicht. Das heißt, wenn ich, ich habe durch die, durch die, durch die Historie sehr viele Menschen in so ein Projekt gesteckt, die alle in so einem Projekt heute keinen Mehrwert bringen. Ich mache mal das böse Beispiel, ein Requirements Engineer. Ein Requirements Engineer ist ein Relikt aus einer Zeit, als man Leute hatte, die die Requirements verstehen, und Entwickler, die ganz viel Arbeit hatten, das in Lochkarten zu standen. Heute redet der, der Bruder-Kroner ist, bitte mit dem Entwickler. Der Entwickler ist intelligent, der versteht, was der meint und implementiert das. Fertig. End of process. Anforderungen, Entwickler, nichts in between. Das ist der optimale Prozess. Und der Rest ist, ja, ist eine aufgeblähte Organisation, die man gerne mit klassischem Projektmanagement verbindet, die aber eigentlich nichts mehr mit zu tun hat. Die ist nur historisch in derselben Zeit entstanden. Das ist so mein Konflikt, wo ich sage, so ist ein bisschen schwierig zu erklären vielleicht, aber das ist historisch gleichzeitig entstanden, aber hat mit dem modernen Projektmanagement überhaupt nichts zu tun. Das wird so netter genau die Erfahrung, die Chris und ich auch beim letzten Kunden gesammelt haben. Also es war ein Einsatz bei einem großen OEM, skalierter, ja, agiler Projekt-Kontext, der in sich gut funktioniert hat. Ein hochproduktiertes Team, oder genauer gesagt sieben Teams. Und über dem Product Owner stand aber noch ein Projektleiter. Der war sozusagen aus der Linie heraus, war der Manager. Und der hat einen ganz anderen Ansatz vertreten. Er war verzielt, er hatte fix Mindstones, er hat auch teilweise den Scope vorgegeben, ohne aber zu definieren, was es sein soll. Null Toleranz gehabt für Szener, hat dann auch immer wieder die Zeremonien durchbrochen und hat dann auch null Respekt teilweise gehabt und hat dann vor versammelter Mannschaft den Product Owner niedergemacht. Die Frage, die sie mir stellt, ist, wie kann man in so einem Kontext die Brücke sozusagen bauen? Wie kann man also die alte Welt, von der du gerade gesprochen hast, Frank, verbinden mit der neuen Welt? Brauchst du einen anderen PL? Deinen PL. Ja, aber im Zweifel und das ist auch passiert, wird eher der Droge ohne ausgetauscht. Wir haben ja zwei Sachen sozusagen, Menschen über Prozesse, also egal, was wir definieren würden, wie wir es beschreiben würden, ob wir so Sachen wie, du brauchst ein anderes Mindset, also wenn der jemand seinen Macht-Ego-Trip durchzieht, Hashtag, das geht auch für Coaches, dann kannst du es vergessen. Also wenn der seinen Macht-Ego-Trip ausleben wird, dann könnte der es auch in der Rolle Scrum Master oder Product, dem wäre das Framework scheißegal. Das wäre meine persönliche Meinung. Da geht es nicht um das Verheiraten von zwei Methoden. Du hast dann einfach nur ein, das Wort, was ich hier ausdrücken möchte, als Projektleiter erwischt. In keinem Framework gibt es Idioten als Projektleiter. Das ist keine valide Rolle. Eine Frage. Aus eurer Diskussion geht ein bisschen heraus, oder zumindest verstehe ich das aktuell, dass ihr bei einem Projekt immer davon ausgeht, dass es ein Team gibt, das nur auf diesem einen Projekt arbeitet. Oder, weil bei uns ist es so, dass gerade das Entwicklerteam auf mehreren Projekten oder für mehrere Projekte gleichzeitig arbeitet, beziehungsweise mehrere Entwicklerteams zahlen auf das gleiche Projekt ein und arbeiten gleichzeitig noch an mehreren Projekten. Also kennt ihr... Ich weiß, ob Scrum dann richtig ist. Ich bin jetzt gerade in diesem Meetup, weil wir sprechen über klassisch und Scrum und agil zusammen. Also im Unternehmen wird übergreifend größere Projekte, ich habe es auch im Chat geschrieben, größere Projekte eher, sage ich mal, wasserfalllastig eingekippt und eingeplant und priorisiert und viel gemanagt. Und unten in der Maschine wird versucht, oder wollen wir eigentlich auch gerne mehr in Richtung Agilität und manche Teams arbeiten auch nach Scrum, manche mehr nach Kanban arbeiten. Und natürlich clasht das jetzt hier an einigen Stellen, deswegen wollte ich mir hier ein bisschen Inspiration suchen. Genau. Also ist es in anderen Unternehmen mehr wirklich ein Projekt ist gleich auch ein fixes Projekt-Team? Oder gibt es was? Ja, es kommt, also wie so immer im Leben, es kommt drauf an. Ich würde gerne mit Tyler spielen an der Stelle, um auf Christine auch ihre Nachricht einzugehen. Das würde ja bedeuten zu dem, was wir vorher gehört haben oder Frage, tauschen wir so lange den PL in Sebastian seinem Projekt aus, bis die Forderung nach einer Ressourcenplanung und nach einer Meilensteinplanung weg ist? Also bis da eine Person sitzt, die das nicht mehr will? Und zweite Frage, auch zu Christine ihrem Punkt, reicht es, dass die Teams Scrum arbeiten möchten, Kanban arbeiten möchten? Also um dieses Möchten geht es mir, weil es gibt ja auch Methoden, um zu eruieren, welcher Ansatz der richtige ist. Das ist die zweite Facette in Ihrer Nachricht. Und der dritte ist das Thema Freiheit. Das hat der Frank angesprochen. Wie viel darf von rechts und links da reingemanagt werden und wie autonom sind denn jetzt die Teams zu dieser vertragten Ressourcensituation, dass sie nicht nur gesplittet sind, sondern auch noch in mehrere Projekte reinarbeiten. Das sind jetzt vier Facetten. Das möchte ich als Verteiler mal kurz nur outlinen, dass wir die jetzt haben und dass wir die jetzt Stück für Stück auseinanderzupfen. Wer möchte? Das wäre denn das erste Thema? Ich würde mal anfangen, dass wir dort vielleicht ein paar Begriffe sortieren müssen. Also nur, weil man Dinge Projekte nennt, sind es noch nicht zwingend Projekte und es gibt bestimmte Themen, die aus meiner Sicht zumindest mal in allen Varianten nicht gut sind und die Idee, dass mehrere Projektteams in mehreren Projekten arbeiten, ist entweder verbal nicht korrekt, also sprich, dass man sagt, es sind mehrere Projekte, in Wirklichkeit sind es nur Arbeitspakete in einem größeren Projekt oder Vorhaben oder es ist einfach nicht gut und es hat auch nichts mit dem Projektleiter zu tun. Also Menschen, die ständig Task-Switches machen müssen, arbeiten nicht optimal, was immer man da drumherum strickt, das kann nicht gut sein. Bei uns ist es häufig so, das mal so aus der Erfahrung, bei uns nennen wir die Sache nicht immer Projekt, ich manage die aber immer genau gleich. Ob das jetzt Arbeitspakete sind in einem großen Projekt, ob das Teilprojekte sind, die Methoden sind eigentlich immer sehr gleich. Ich habe Dependencies zwischen bestimmten Dingen, ich habe Lieferungen, die andere benötigen Lieferungen, auf die ich angewiesen bin, also das ist alles immer für mich das Gleiche, ob ich das jetzt Projekt nenne oder Linie oder ob das ein einzelner Change ist, das ist für mich wirklich nicht relevant. Was man machen kann ist, man kann in der Delivery mit einem agilen Modell arbeiten, so wie der Stefan das eben gesagt hat, ein Modell ist halt ein Modell, ich kann zum Beispiel sagen, ich mache Scrum in der Implementierung, während drumherum ein sehr stark wasserfallmäßiges Modell herrscht. Das ist ja dieses Hybrid-Modell, über das wir versuchen hier auch zu reden, das ist einfach die Realität, man hat normalerweise nie eine Welt, die rundherum überall gleich agil getaktet ist, das glaube ich ist, das gibt es nicht. Und dort gibt es eher Schnittstellen als prinzipielle Sachen, die sich ausschließen. Das heißt, wenn ich äußere, zum Beispiel wenn ich ein anderes Projektteam habe, was auf eine Lieferung von mir angewiesen ist und ich bin in einer zwei Wochen Sprint-Taktung, dann muss ich irgendwie gucken, wie ich die Lieferung zu dem anderen Projekt darstelle. Und es macht mein Team nicht schneller, wenn ich sage, oh, jetzt mache ich auch drei Wochen Sprints oder was immer ich dort von außen habe, macht mein Team nicht zwingend schneller. Wenn für mein Team eine zwei Wochen Taktung optimal ist, dann muss der Projektmanager drumherum sagen, okay, in welchen von den zwei Wochen Taktungen habe ich dann vielleicht die richtige Lieferung für das andere Team, also als eine mögliche Lösung. Ich würde ganz gewagt noch einen Schritt zurückgehen. Also, wenn es, wenn die Debatte losgeht über Agilität, whatever this is, dann haben wir Scrum, wir haben Kanban, wir haben Extreme Programming, dann haben wir Projektmanagement, wir haben Prinz V2, wir haben das V-Modell, wir haben das V-Modell in unterschiedlichen Interaktionen, es gibt weder die Agilität, es gibt weder das Projektmanagement, so Punkt Nummer eins. So, Punkt Nummer zwei ist, also, was macht denn jetzt mein Projektmanager und wird das jetzt besser, wenn ich jetzt den durch irgendwie den Huppdi-Duppdi-Klaus, also die neue Rolle ersetze, wird das mit dem besser? Die Anfangsfrage ist, wofür ist das gut? Und dann zusätzlich ist die Frage, was ist das Ziel? Also, was möchte ich mit dem Projekt erreichen? Welche Ziele sollen vielleicht erreicht werden? Was habe ich für Ressourcen? Wie möchte ich das bündeln? Wie sieht meine Organisationsform aus, um mein Ziel zu erreichen? Das ist die Frage. So, und im Militär gibt es, um mein klassisches Betzen, ja, aber wo es halt wirklich um was geht, und zwar quasi wirklich um was und was soll es im Leben tun? Unterschiedliche Organisationsformen, wo unterschiedliche Ziele so, die agieren nicht gleich, so, und wenn etwas mit schneller Kommunikation einhergehen muss, ist das Militär die allerersten, die es adaptieren. Ja, wenn es dann geht, aber schneller Entscheidungen durchzuziehen, dann werden sie auf einmal strontiererisch, das heißt, sie passen sich je nachdem an, so, und genauso ist das halt auch, es gibt nicht die Methode für alles, so, genauso wie für Projekte, so, und da wäre halt sozusagen halt der Punkt, wo ich ansetzen würde, was passt zu diesem Projekt, zu diesem Ziel, ja, was sind die Antworten des Projektes und es daraus ableiten. Es gibt nichts, nie was generelles, sondern es ist das, was ich sozusagen anwenden kann, es ist irgendwie, ich persönlich wieder mal meinen Stützrädern, wo möchtest du hin, möchtest du durch den Wald fahren, sind diese klassischen Dinger vielleicht eine scheiß Idee, was anderes, vielleicht vielleicht mal nicht mal ein Fahrrad, ja, so, und, dann ist sozusagen halt, woraus kann ich mich daraus dann halt bedienen. Und da ist vielleicht kaum nicht die Antwort, obwohl ich das gerade selber miteinander verheiraten möchte, ja, aber in dem Fall, weil das die, die Anfrage hatte ich schon mal, das hatten wir mit einer anderen Firma halt auch, ja, wenn du auf einmal anfängst, unterschiedliche Sachen in einem Team abzufrühstücken, ja, also mehrere, mehrere Ziele, mehrere wirklich Produkte, unterschiedliche Kunden vielleicht, externe Stakeholder, dann, dann sieht das Product Backup nämlich genauso aus, weil es grundsätzlich nämlich die Spezifikation eines Produktes darstellen sollte, so, und wenn du dann nämlich reinschaust und da hast du nämlich ein Kessel Buntes, ja, viel Spaß, also das lässt sich dann, dann ist, ist dieses Werkzeug, was alles vereinfachen soll, das ist ja die Stärke von Scrum, dann reicht das nicht mehr, brauchst du halt was anderes. Genau, also was man trotzdem machen kann, also in unserem Fall ist es so, wir haben mehrere Services, die kann man in einem Team ganz gut machen, wenn obendrüber, sag ich mal, ein Owner ist, der die Themen priorisieren kann, ja, wenn die Priorisierung okay ist, dann macht das Sinn und die Methoden drumherum, ob das jetzt Kanban ist oder Scrum, die sollen eigentlich dafür sorgen, dass die Leute möglichst wenig Task-Switches machen müssen, ja, die Leute sollen möglichst an ihren Themen dranbleiben können und nicht ständig von A nach B springen, welche Methodik da am besten ist, hängt ein bisschen von dem Kontext ab, aber ich glaube, die meisten Methoden sind dort ähnlich, wie das ist, ja. Also die Frage ist ja, welches Ziel, Christine, Christiane, Christine, ja, also wenn ihr sagt, also wir möchten das jetzt agil machen, ja, nochmal zu fragen, was möchten wir erreichen, ja, so ist das der Austausch zwischen den Entwicklern, ist das, dass die Entwickler einen besseren Informationsfluss haben, dass die vielleicht schnellen Anforderungen schneller halt beweglich abgearbeitet werden sollen und so weiter, diese Anforderungen an die Organisationsform, die halt aufzunehmen und daraus halt abzuleiten, was wäre es denn? Es kann Scrum sein, aber es muss nicht. Das wäre so meine Forms-Opinion. Genau, also ich denke, das ist zumindest mal die richtige Frage und wenn die Idee war, man möchte in der Entwicklung agil arbeiten, weil man denkt, man ist dadurch schneller. Wenn das der Ansatz ist, dann muss man prüfen, welche von den Sachen machen die Entwickler schnell und was im Scrum in der Regel dafür sorgt, dass das schnell wird, ist, man eliminiert lange Kommunikationsketten. Ja, das ist das. In einem Team. Bitte? In einem Team. Ist eigentlich egal. Wenn ich das nicht im Team habe, dann mache ich kein Scrum, dann ist das kein Scrum. Das ist das, warum ich sage, mache pur Scrum, ja, dann gibt es das nicht. Es gibt keine Kommunikationskette zu irgendjemand, der die Anforderungen hat, dann habe ich kein Scrum, dann habe ich keinen Product Owner, dann habe ich irgendwas anderes, aber kein Scrum. Und deswegen, wenn man pur bei Scrum bleibt, dann eliminiert man automatisch diese Dinge, ohne dass Scrum das sagt. Scrum sagt nicht irgendeine Regel, mach keine Kommunikationsketten. Brauch es nicht. Würdest du den Nexus noch mitnehmen oder würdest du schon sagen, sobald es uns gilt, ist es das nicht mehr? Also ich kenne mich da nicht so tief in der Theorie aus. Ich bleibe gerne bei Scrum, weil das so simpel ist, das kann man ganz gut überblicken. Und ich sage, die meisten Frameworks haben irgendeine Lösung für dieses Problem gefunden. Extreme Programming hat diesen sogenannten On-Site Customer. Ja, und alle diese agilen Methoden lösen, also die sind deswegen schnell, weil sie die Kommunikationsketten einfach wirklich komplett maximal komprimieren. Und das ist jetzt wiederum aber problemspezifisch. Wenn mein Problem ist, ich muss, keine Ahnung, eine Software schreiben für die Simulation von einem Fahrzeug im Windkanal, dann ist das Problem schon so komplex, dass da nicht irgendwie ein Product Owner ist, der dem Entwickler erklärt, wie das geht. Das geht schlicht inhaltlich nicht. Das heißt, dort habe ich ein Experten-Team, die kommen von mir aus aus der CAD-Welt, dann habe ich jemanden, der weiß, wie Material geht, dann weiß jemanden, wie Strömungsphysik geht. Das heißt, dort werde ich um Kommunikationsketten und andere Kommunikationen nicht drumherum kommen. Und das muss man dann wiederum anpassen. Bei den meisten klassischen Business-Problemen ist es allerdings super simpel. Die Business-Probleme sind meistens, die müssen wir zu nahe treten, aber die sind nicht besonders schwierig. Oh, da ist ein Kunde und der würde gerne irgendwas finanzieren und dann brauche ich eine Formelsammlung und dann sage ich dem Entwickler, das bitte machen und dann versteht er das. Und dort hilft halt meiner Meinung nach Scrum oder irgendeine ähnliche Methodik sehr gut, diese Kommunikationskette nachhaltig zu verhindern. Und diese Werte, die sagen, Endergebnisse über Dokumentation, das ist so ein bisschen nur eine verbale Erklärung desselben Phänomens. Mach einfach keine Spezifikation, wenn es einfacher ist, dem Entwickler zu sagen, was er tut. Und der Part, den ich eben meinte, vielleicht auch an dem Beispiel, wenn man anfängt, Sachen aufzuschreiben, dann kommt häufig die Begründung, warum machst du das? Ja, weil der Entwickler noch keine Zeit hat. Und dann ist meine Antwort, dann warte halt. Dieser Aufwand, den ich reinstecke in eine Spezifikation für einen Entwickler, weil der gerade keine Zeit hat, weil der was anderes macht, ist völliger Unfug. Und die Leute merken das nicht. Es ist nicht, dass das Unsinn ist, was aufgeschrieben ist, aber es ist Unsinn, dass der, der die Anforderungen hat, das aufschreibt. Wenn der wartet, bis der Entwickler Zeit hat, hat er das in zehn Minuten geklärt. Was er macht ist, zehn Stunden investieren, das aufzuschreiben, um dann in fünf Minuten vom Entwickler zu hören, folgende Fragen habe ich noch. Und das ist, was agile Methoden und ein Scrum-Setup in der Regel ganz nachhaltig verhindert. Es verhindert, dass sich Leute hinhocken und zehn Monate Spezifikationen machen, die der Entwickler in zehn Minuten eliminiert und sagt, das war nicht meine Frage. Das habe ich alles gewusst, meine Frage ist was anderes. Gunnar, du hattest... Ja, ich komme... Gunnar, ich würde ganz... Darf ich dich trotzdem kurz unterbrechen? Als Moderator ist es meine Pflicht, jetzt kurze Resonanz zu spüren bei Christine, die jetzt sehr viel gehört hat. haben, weil wir auch konkret über Ihren Kontext sprechen, würde mich jetzt kurz interessieren. Vielen Dank. Was bringt dir das jetzt an Orientierung, bevor wir Gunnar reinbringen? Also, ich merke einfach, es ist sehr konfus bei uns, weil ich kam jetzt gerade nochmal auf andere Punkte bezüglich Kommunikation und ich habe eher das Gefühl, es wird... Wir wollen immer sehr viel spezifizieren, möglichst viel analysieren vorab, damit man, wenn man tatsächlich in die Umsetzung geht, wirklich nur noch quasi decoden muss, also wenig Kommunikation eigentlich während dem Doing. Ich würde gerne das Unternehmen umkrempeln, aber das geht wahrscheinlich nicht so einfach. Und da muss ich noch länger herumfeilen und schauen, ja. Weil teilweise auch unsere Systeme wohl nicht so gemacht sind, dass eben mehrere Teams da einfach quasi Dinge verändern können und deswegen, ja. Bin ich da auch noch nicht so tief drin, wie alles zusammenhängt, aber es ist sehr schwer, weil wir managen sehr viel um das Managen-Willens, bis es dann überhaupt irgendwann umgesetzt wird. Und gefühlt ist sehr viel Frustration da, weil gefühlt immer alles lange dauert. Wenn du magst, kannst du mich doch mal direkt kontaktieren, dann kann ich dazu zumindest mal ein paar Tipps geben, nicht unbedingt Lösungen, aber ein paar Tipps unabhängig von denen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frank. Vielleicht noch ein letzter Kommentar dazu, dann schweige ich auch für ewig, Klammer auf was gelogen ist, Klammer zu. Messen. Was meine ich damit? In eurem Ablauf, also ihr habt ein System und da passiert etwas, was vielleicht komisch ist und du möchtest irgendwie was ändern. So, das ist so ein bisschen wie wenn du in eine Autowerkstatt reingehst und würde sagen, irgendwie fährt das Ding langsam, irgendwie keine Ahnung. Ja, und der Mechaniker würde dann irgendwie da einen Rumpf und du kriegst es irgendwie wieder und das Ding ist irgendwie, irgendwie fährt das irgendwie. So, und die Frage ist halt, was läuft langsam, was sollte verbessert werden, woran sieht man das, wie kann ich das herantragen, also du bist ja auch in einem sozialen System, du kannst es irgendwie offenbaren, wer hat irgendwie irgendetwas Interesse, was zu verbessern. So, solange etwas nicht gemessen wird, kannst du auch ein System nicht gescheit ändern. Das wäre jetzt so mein Punkt. Ja, also es gibt noch mehrere Menschen im Unternehmen, die diesen Drang auch verspüren. Ich bin da jetzt nicht die Einzige und wir versuchen auch schon Dinge zu verbessern und zu messen, auch was so Zeiten anbelangt. Meine Empfehlung ist nicht anfangen mit Messen. Also der Stärk, das ist zwar richtig, aber Messen ist schwer. Ja, Messen ist nicht einfach. For what? Wir fliegen mit Flugzeugen zum Mond, wir fliegen zum Mond, mein Freund. Ja, aber nicht jeder fliegt zum Mond, ja. Also Messen, wenn ich ein Flugzeug baue, dann kann ich relativ einfach sehen, ob es runterfällt, ja. Aber so Messen in der Software, ob das, was ich gemacht habe, effizient war, das ist eine eigene Kunst. Also es ist der richtige ... Du kannst den Prozess visualisieren und da gibt es ja auch was Agiles und das ist nicht Scrum. Genau, also ich ... Punkt, hatten wir letztens auch einen Kurs zu, ja. Und es gibt's, ja, du kannst es visualisieren, du kannst die Ballnecks sehen, du kannst sehen, wie der Ablauf ist und du kannst ihn dann verbessern. Absolut. Darf ich mich mal reingrätschen? Ja, Logo. Können wir das Thema, das Thema, Gunnar, ich würde dich vorlassen, aber irgendwie, ich habe doch brennt was auf der Seele und nachdem die ganze Zeit, ich bin gut erzogen und das sind wir alle ausreden und besonders wenn die Fragen von der Dame gestellt sind, irgendwie dann grätsch ich da nicht rein, aber jetzt spielt ihr zwei euch in die Bälle zu und die Zeit läuft ab und ich hätte unbedingt noch ein paar Sachen noch, die ich loswerden will. Aber Gunnar, mach das, mach du als erstens. Ich wollte nur sagen, Elmo, wir gehen weiter. Das Problem bei mir ist es, wir haben Spezifikationen definiert, daran wird festgehalten und der, der im Markt ist oder der, der neu dazukommt, sagt, Leute, das passt hier nicht mehr und das wieder neu einzusteuern, dass man nicht sklavisch, wir haben aber jetzt hier Maschinenbau Unternehmen, lange Traditionen, wir haben aber eine Spezifikation gemacht letztes Jahr. Das ist, Leute, super, aber die war nicht, die hat das nicht abgedeckt, was eure Aufgabe war. So, und jetzt, dass man Mittel kriegt, das, um die Leute auch mitzunehmen, nicht zu überfahren, zu sagen, ihr müsst nachsteuern. War das eine Frage? Ja, es ist, oder? Ich glaube, das ist, das deckt sich an mit dem, was ich eben gesagt habe, man hat eine Spezifikation, die am Schluss dann doch nicht gebraucht wird. Also, der Hauptpunkt, glaube ich, ist an der Stelle, dass man ein Stück weit von einem Push-Prinzip wegkommt und zu einem Pull-Prinzip kommt. Der, der es nachher umsetzt, der Experte, der das umsetzen kann, der weiß die richtigen Fragen. Der, der die Idee hat und die, das Produkt irgendwie nachher haben möchte, meistens nicht. Das heißt, wenn man die, die Leute in der Softwareentwicklung, die Softwareentwickler fragt und sagt, hey, frag doch mal den, der das Produkt haben will, was du wissen willst, dann spart man sich diesen Overhead der, der Fehlspezifikation. Insbesondere. Ja, ich merke gerade immer, ich stoße in vielen Fällen an diese vorgeschriebenen, man sagt, Leute, die passen nicht, die ihr hier geschoben habt. Wir haben jetzt aber die Produktentwicklung, die hängt da dran, mit Zeiten vor, dann und dann kriegst du deinem Produkt. Und ich sage immer, Leute, aber die Entwicklung geht falsch. Können wir jetzt hier mal stoppen? Ich brauche andere Anforderungen. Oder meine Anforderungen sind abweichend zu dem, was ihr euch mal gedacht habt. Und ich bin eigentlich der, der am Markt ist. Dann braucht es einen agilen Wert, der heißt Mut. Also ich würde tatsächlich empfehlen. Das Problem ist, dass du die Kollegen mitnimmst, die ja im Wasserfallsystem gearbeitet haben, gesagt haben, nee, wir haben mal Produktentwickler, hat was definiert, das ziehen wir jetzt durch. Das ist super. Hat nicht mit dem Markt gesprochen. Oder hat mit irgendjemandem gesprochen, aber nicht mit der Zielgruppe. Dann ist die Frage, ist dein Bild nur dein Bild? Ist dein Bild, dass der auch von anderen, ja? Und wie kannst du einen Zug, der halt auch schienen ist, gegebenenfalls halt umlenken? Du bist dann ja aus meiner Sicht ja halt überhaupt nicht immer in jedem Umfeld unterwegs. So, aber welche Möglichkeiten sind dir von der Steuerung von hinten, unten, wie immer man es nennen möchte, sage ich jetzt mal, möglich, um Leute zu überzeugen im Projekt, dass man Ressourcen, geht ja um Ressourcen, da sage ich jetzt mal, um umsteuern kann, ja? Und diesen Plan anpassen. So, aber das... Und das dann eben auch gleichzeitig... Das kann auch sein, dass es nicht geht. Manche Sachen gehen nicht oder eben auch nicht mehr Zeit. Ich denke halt, hier fehlt was Entscheidendes, nämlich eine Ressource, die Einfluss und Macht bedeutet innerhalb dieses Unternehmenskonstrukts. Man als Einzelperson nur, weil man das Problem identifiziert hat und eine Idee hätte, wie es zu lösen wäre, ist man halt mit unterverlorenen Posten was zu ändern, weil die Sphere of Influence eine größere wäre als die, die man bespielen und durchdringen kann. Das nützt dann halt noch nichts. Man bräuchte jetzt Verbündete, so blöd das klingt, und dann geht es auch in politisches Geplänkel, um strukturell an einer Organisationsform zu arbeiten. Aber wenn es diese Verbündeten nicht gibt, dann ist das eher eine Sorge, die man nicht zu seiner machen sollte, weil es man überhaupt nicht beeinflussen kann. Im Wesentlichen ist das natürlich auch ein Change-Problem, was du sagst. Und dort treffen natürlich möglicherweise sehr viele Probleme aus dem Change-Management aufeinander. Also da kann es sein, dass man tatsächlich komische historische Silos hat, die gegeneinander arbeiten. Ich kenne das gerne, wenn man der Entwicklung nachher die Probleme immer hinschiebt, während die die Anforderungen ständig ändern, immer dann auf die Entwickler zeigen. Das ist so ein klassisches Silo-Setup, was nicht gut funktioniert. Und auch da würde es helfen, wenn man den Mut hat, zu sagen, ich mache mal einfach Scrum und ich schiebe die mal zusammen. Ich setze die mal nicht in zwei Teams. Wenn ich dieses A wirft B was über den Zaun und macht B nachher verantwortlich, dann wird B berechtigterweise sagen, sorry, aber das war die Spezifikation, das habe ich gemacht. Und man hat dort in Möglichkeit ein anderes Problem, also kein Entwicklungsprozessproblem, sondern ein Verantwortungs- und ein Blaming-Problem, würde ich mal vermuten. In dem Moment, wenn die in einem Team sind, was Scrum, wie gesagt, ja forciert, passiert das meistens wesentlich weniger. Die Leute reden miteinander, die geben miteinander essen, die Leute schieben die Sachen nicht so leicht hin und her. Und dann bilden sich meiner Meinung nach die vernünftigen Strukturen raus. Also ich sehe Scrum auch als einen guten Hebel dafür, weil wir auch gerade Generationswechsel haben. Und ich habe viele, die halt und ich bleibe dabei und ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit. Warum was Neues? Anderthalb Jahre kriege ich noch rum. Ja, warum was Neues? Weil es Spaß macht. Genau. Und ich würde eher sagen, Leute, neue Bässe sind vielleicht auch mal gut. Ja, aber die, die meistens, also in den Fällen, die ich kenne, wo so starker Widerstand ist, da wird meistens das Blame-Game gespielt. Und die Leute haben einfach keine Lust, geblamed zu werden. Und das sind üblicherweise Leute, die auf, hey, das war aber so spezifiziert bestehen. Ja, das Blame-Game darf man nicht machen. Man muss die Leute mitnehmen. Genau. Aber das... Man darf sie nicht überfahren. Ja. Er fragt, der führt. Ja. Aber Kalf. Okay. Ich habe... Ich komme wieder zurück zur Brücke, wo wir angekommen sind. Also ich... Hintergrund bei mir ist klassischer Projektleiter, der aber kein festes Team hat, der das tagtäglich an einem Projekt arbeitet, sondern das sind welche, die Danny Doing sind und das auch nebenbei machen. Das heißt, irgendwie, die machen 20% irgendwie ihre Arbeitszeit irgendwie für dieses Projekt, wo ich dann direkt Projektleiter bin. Also das ist so mal der Hintergrund. Und ich fand irgendwie bei Working Out Loud so schön und die agile Werte so schön in Kombination, dass eigentlich das für das klassische Projektmanagement die agilen Werte zu haben und danach zu handeln auch eine ganz tolle Sache wäre, um vom Mikro-Management wegzukommen, um nicht alles irgendwie ein halbes Jahr vorzuplanen, was sowieso nicht so funktioniert und dann meine Tools oder meine Übersicht irgendwie ständig anzupassen. Also das ist einfach jetzt mal meine subjektive Wahrnehmung und meine Thesen, die ich da raushaue. Und dann, deswegen finde ich es total spannend, irgendwie, wie kann ich denn klassisch vielleicht bleiben, weil ich keine Software entwickle, aber trotzdem agile Methoden oder agile Hacks, nenne ich ich das mal und wenn es von den Werten her kommt, mitnehmen, um trotzdem was Besseres daraus zu machen. Und das ist irgendwie, da fand ich Working Out Loud deswegen auch die Überzeugung, dass das drauf einzahlt, in dieses Konto, mal mit anderen irgendwie in Kommunikation zu gehen und sagen, okay, die Werte, Kommunikation, die man bei Scrum auch hat oder die Respekt oder Mut und Offenheit, eine Fehlerkultur zu entwickeln, etc., etc., etc. würde im klassischen, auch im Wasserfall trotzdem gut tun. Und wenn ich vielleicht sage, dass ich halt nicht alles mikromanage und dass nicht einer reingrätscht und dass die Regeln ein bisschen anders sind und man miteinander besser umgeht und Mut hat, irgendwie auch mal Fehler einzugestehen und nicht der Kopf abgerissen wird, etc., etc. Deswegen finde ich das spannend, diese Werte da mitzunehmen, auch fürs Klassische. Und bei einfacher Problemen braucht man auch nicht unbedingt ein riesen agiles Tool zur Hand nehmen, sondern das geht vielleicht auch mit etwas wasserfallähnlichem, wo vielleicht irgendwie von einem, von einer Säule zur anderen noch ein bisschen flexibel ist, ja, und vielleicht alles durchstrukturiert, aber vielleicht irgendwie nicht nur ein ganz, ganz fernes Ziel, sondern vielleicht auch Zwischensteps da sind, aber wo ich da hinkomme, kann sich vielleicht auch entwickeln, ja. Also ich habe es mal in den Chat geschrieben, also ich denke mal, ich bin schon ziemlich alt und meine Managementausbildung ist schon ziemlich lange her und damals hat mein Trainer immer gesagt, der wesentliche Punkt ist reifegradorientiertes Führen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Team habe mit ganz vielen Julian, die nicht wissen, was sie tun, die profitieren davon, wenn ich sie micromanage in der Annahme, dass ich weiß, was ich tue, ja, oder was die tun müssen, sagen wir mal so rum, ja. Und während ich, wenn ich einen Senior Developer habe, wenn wir nicht anfangen, mit denen zu micromanagen, dann mache ich was falsch, egal, ob ich in einer agilen Welt bin, egal, in welcher Welt ich bin. Und das war auch das, was Christine eben meinte. Ich glaube, dass häufig die Manager und des Managenwillens meinen, und ich bin jetzt ganz sicher, ob das klassisch ist, das ist einfach nur schlecht, ja, die meinen, sie müssen irgendwie Autorität zeigen, sie müssen irgendwie Leuten was sagen, ja. Das ist diese sehr alte, also noch älter als klassische Management denke, die offensichtlich manche Menschen haben. Das ist dieses Thema mit Dominanzzeiten, ja. Und vielleicht, sorry, und noch was reinpasst, irgendwie, und dass wenige Leute das gesamte Wissen haben und der Rest nicht, ja. Das ist noch das Alte, vielleicht nur wenige Leute, die die Information oder das Wissen zuteil wird und der Rest, das sind welche, die halt Ehrträger und Sammler sind. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil da gibt es zwei Trends, die so ein bisschen gegenläufig sind. Das eine ist, bei vielen dämmert die Erkenntnis, dass sie nicht alleine alles wissen. Da ist, glaube ich, in der IT auch relativ simpel, in der IT ist sofort einfach zu erkennen, dass ich nicht alles wissen kann. Viel zu viel Dynamik, viel zu viele neue Sachen, das ist meistens einfach. Das andere ist allerdings, dass viel zu viele Leute mittlerweile der Meinung sind, überall mitreden zu wollen, ja. Und da, sage ich mal, bin ich ein bisschen vorsichtig mit der Erkenntnis, dass das eine schlaue Idee ist. Aber wenn ich mal davon ausgehe und sage, alle haben irgendwie dasselbe Ziel und sie sind sich bewusst, dass man reifepart spezifisch den Leuten mehr Freiheiten gibt. Ja, dass ich sage, im Senior, dem erkläre ich eben nicht jeden Handschlag, während ich dem Junior, ich sage mal ganz wie früher, einem Lehrling, ja, dem muss ich halt mal beibringen, wie das geht. Und dann sage ich ihm natürlich häufigere Schritte und ich kontrolliere auch häufiger, ob das richtig ist. So wie mein Trainer gesagt hat, catch them at being good. Das heißt, wenn der kleine Schritte gemacht hat, erfolgreich ist, kann ich sagen, okay, das war cool. Während bei einem Senior agiere ich ganz anders. Und das ist, glaube ich, diese Diskrepanz, wo ich sage, das gleiche Phänomen gilt sowohl in der agilen Welt als auch in der klassischen Welt. Das macht man einfach nicht. Man managt halt im Senior nicht. Insbesondere als Manager, also ich war ja früher Softwareentwickler und ich kann das einigermaßen einschätzen. Wenn ich anfangen würde, meinen Entwicklern zu sagen, was sie tun sollen, ja, dann habe ich die falschen Leute. So nebenbei, als Ergänzung, Frank, das gleiche gilt nicht nur für eine Person situativ führen, sondern ein, also wenn ich da teamorientiert denke, ein Team situativ führen. Ja. Das heißt, also auch hier habe ich eine, ne, ne, mehr, also ich hatte ja letztens so dieses so, normalerweise habe ich im Agier-Manifest immer dieses, das mehr als das, das mehr als das, das mehr als das, ja. Hirntote denken, das, ja. So und in der Institution, Selbstorganisation über, ja, Außenorganisation, ja, oder wie immer wir es nennen wollen, ich habe immer noch kein schlaues Wort, ja. Also herzliche eigene Lahn, dafür ein schlaues Wort zu finden, ja. Führerschaft, keine Ahnung, ja, so. Aber wenn Selbstorganisation in einem Team nicht schafft, ja, weil du denkst, da soll's hin, da rennt die Rasselmanne hin, ja. Und ihr habt noch vier Wochen, das sind nur noch zwei Sprints, ja, und Einzelcoachings, Dauerbetreuung, Lagerfeuermusik, wie auch immer, also ich übertreibe jetzt ganz bewusst, ja, wird mich nicht dahin führen, wird mich nicht dahin führen, dann ist es okay, das andere mit reinzubringen, aber es sollte nicht der Lighttower dafür sein, es ist nur die Selbstorganisation, aber es kann sein, dass das andere mit reingebracht werden soll, so fürs Team, also situativ für das Team und das eine mehr als das, aber halt die Balance und wo diese Balance ist, hängt von der Situation, hängt von den Leuten ab, hängt vom Kontext ab. Da kriegst du keine Matheformel raus. Also meine persönliche Kenntnisstand, Learning, 46 Jahre in unserer Diskussion hatten wir das Beispiel, wir hatten es an Fußball erklärt, ja, wenn ich Juniors habe, wenn ich eine F-Jugend habe, ja, da kann ich nicht sagen, hey, organisiert euch mal selber auf dem Platz, ja, das wird schon, ja, was dann rauskommt ist, alle Leute rennen dem Ball hinterher und es sieht ganz lustig aus von außen, aber das wird sich auch in zehn Jahren nicht selbst organisieren und das macht einfach keinen Sinn, ja, und genauso wenig macht es Sinn, derjenige, der am lautesten schreit, den zum Spielführer zu machen, das bringt alles nichts. Dafür hat man Trainer, Coaches, Manager im Idealfall, die hoffentlich das ein bisschen besser können als die Kinder. Ja, wenn die mal größer sind und werden Seniors, ja, sag Stefan. Es wird sich selbst organisieren, definitiv, wird es sich selbst organisieren, 18 zu 0. Ja, genau, das ist meine Lebenserfahrung. So, wenn das nicht dein Goal ist, musst du darauf einwirken. Ja. So, Demokratie hin, Demokratie her. Ihr habt mich bei suratives Fugusmodell, habe ich auch schon gehört, habt ihr mich total überzeugt, nehme ich zurück auf die Behauptung wieder, aber wie ist denn die Behauptung mit agile Werte tun auch dem klassischen Projektmanagement gut? Absolut. Nullkommission, sondern Menschenverstand. Also, das, genau, und sag mal, dadurch Hacks zu haben und irgendwie oder in Art, keine Ahnung, mehr Einfluss zu haben, weil das, das ja beim klassischen Projektmanagement nicht unbedingt immer so gelebt wird, sag ich mal so, ja. Da gibt es ja gar kein Wertekonstrukt, das haben ja die klassischen Projektmanagement-Frameworks bis heute nicht richtig aufgegriffen, diesen Faktor. Das finde ich nicht so. Verschriftlich ist in einem PM-Book zum Beispiel nichts. Die Werte, doch, ich glaube, dass das, die Werte sind mindestens implizit Planungssicherheit und Qualität und dazu gehört auch Dokumentationsqualität und das Beispiel von Gunnar, der wird das vielleicht kennen, also man in der, wenn man echte Dinge baut, ja, Fahrzeuge oder Maschinen, dann ist das ein Wert, der ist aus der Historie für diese Bereiche tatsächlich sehr sinnvoll und der wird gerne in der agilen Welt auch so ein bisschen vergessen, aber ich glaube, das ist mehr so ein implizites deutsches Ingenieursdenken, also gerade in Deutschland ist das so ausgeprägt, dass man sagt, dieses, ich habe die Sachen dokumentiert und wenn der eine mal, weil das ist ja auch eine Risikomaßnahme, wenn der eine ausfällt, dann kann der andere weiterarbeiten und ich kann es nachher in der Wartung betreiben und das sind viele Sachen, wo meiner Meinung nach im klassischen Projektmanagement diverse Werte dahinterstehen. Wie bei die explizit gemacht sind, da bin ich mir da unsicher. Oder anders vielleicht, was im klassischen Projektmanagement gut stehen würde, ist, die Werte im Sinne von den eingeschlagenen Weg auch mal dann verlassen können. Den Mut zu haben, zu sagen und die Offenheit, wir sind auf dem falschen Dampfer, wir müssen vielleicht noch mal zurückrudern. Das ist bei Scrum oder so, bei agilen Projektmanagement leichter zu finden, weil es noch nicht keinen Trampelpfad gibt oder keine Autobahn, die vor schon gebaut wurde. Und beim Klassischen, wie tut man sich da immer schwer mit, wenn man schon irgendwie bei 50 Meter statt von 100 ist? Eine Sammlung von acht Scrum-Mastern mit einem Agile-Coach, die das Projekt nicht verstanden haben, können das Ding genauso mit Anstand, agilen Werten, bestem Willen, voll in die Wand fahren. Zweimal gesehen, agiles Fullshit-Bingo zum Abhaken, Klammer auf, jedes Mal bei der Review immer nur PowerPoint- Präsentation über zwei Jahre, finde den Fehler. Also deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig. Das gehen Coaches auch hin. Also ein Coach, der alles als Coachie sieht, genauso wie ein Projektleiter, ich weiß nicht, wer das war in der Runde, der gesagt hat, der sieht nur die Milestones, Fehlerintolerant etc. Das ist die gleiche Kategorie Mensch. ist es vollkommen, wo es denn welche Rolle der ist. Der agiert dann halt nur anders. Der hat ein anderes Gewand, aber ist der gleiche... Ja, weißt du? So, und es gibt Projektleiter, die im Wasserfall agiler leben als mancher Scrum-Master. Ja, die da irgendwie diesen, wie heißt das nochmal, Scrum-Tanz auftanzen. Sag mal, wenn der alte Wein nur in neuen Flaschen ist, dann kommen wir da auch nicht weiter. Ja, nee, das ist nicht so. Ich glaube, das ist nicht so. Gunnar, du bist gemutet. Gunnar, du bist gemutet. Das war Frank gesagt. Du hast das Spannungsfeld zwischen, ich mache ein Defense-Projekt, was bei uns auch vorkommt. Wir liefern was für Flugzeugträger fürs U-Boot, ganz klassisch, mit wahnsinnigem Dokumentationsaufwand und ich nehme das gleiche Produkt in der Basic und schiebe das in die klassische und in die aktuelle landgestützte Industrie, die sagt, hey, deine Dokumentation kannst du dir klemmen, die würde ich nie bezahlen, brauche ich auch nicht, aber ich hätte gerne auch hier drei, vier, fünf Änderungen im laufenden Projekt, wo die andere Abteilung sagt, wir haben doch aber... Und du kannst doch jetzt nicht die Spezifikationen mittendrin ändern, weil das muss doch wieder auftauchen können, sagt die Industrie mir, aber der Markt schiebt doch gerade anders. Das ist zusammenzuführen, das ist... Es gibt natürlich jetzt... Es gibt einen wunderbaren Film, die Pentagon Wars, bin doch ganz schnell fertig, dann kann ich nachher... Ich suche es mal raus, schiebe es mal rein. Da ging es um einen Panzer. Ja, deswegen finde ich das immer interessant, es ist uralt, geht um Militär, da denkt man sich eigentlich immer so, buh, das ist super traditionell. Ja, da habe ich mich im Grunde Boden geschämt, als ich einen Film gesehen habe, weil, also ich weiß nicht, wie es euch dann geht, wenn ihr den Film dann seht, da gibt es so einige Sachen so wie ui, 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 ja. Empfehle ich, ja, wie Anforderungsmanagement, Produktmanagement, ein Panzer sozusagen erzeugt, der alles macht, nur nicht das, was er soll. Kann ich nur empfehlen, kann ich nur empfehlen, nur so. Ja. Zum Thema Spezifikation. Genau, in der, also das, was wir eben kurz hatten zum Thema Blame Game, das Blame Game hat ja, hat ja auch häufig eine monetäre Dimension, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Es gibt einige Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, dieses Blame Game zu spielen, ja. Die treten gerne bei, bei großen Ausschreibungen auf, ja, machen irgendein Fantasieangebot und ihr echter Business Case ist, über die Changes nachher das ganze Geld reinzuholen, ja. Ob das jetzt geplant ist oder ob sich das nur so ergeben hat, sei mal dahingestellt, aber das ist das, was in der Praxis passiert, ja. Da gibt es so die, die, die großen klassischen Firmen, deswegen arbeiten die auch gerne mit, mit Modellen, wo ihnen das leicht gemacht wird, nämlich sie bestehen auf Spezifikationen und sie, das sind die, genau die gleichen Mechanismen, die da greifen, das einfach, na, neben dem, ähm, ja, neben dem mentalen Blame Game geht es auch in Sachen monetäres Blame Game und diese Firmen, gerne mit drei großen Buchstaben, ähm, die, die sind einfach seit Jahren drauf optimiert und die haben Heerscharen von Consultants, Projektmanagern, die das machen, ja, und nicht umsetzen. Das ist so, so, äh, ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf und gerne natürlich gegenüber dem Militär oder dem Staat, da ist es natürlich hervorragend, ja. Ja, das heißt, sobald die, äh, vom Staat einen Auftrag kriegen und der Staat sagt, ja, oh, wir haben mal gedacht, der Panzer sollte auch irgendwie links rumfahren können, das ist ein Change, ja, unsere bisherigen könnten nur rechts rumfahren, ja, aber das stand halt vorher nicht da und dann ziehen die möglichst viel Geld an und das, das, das verstärkt sich selber das Phänomen. Und ich glaube, wenn man, wenn man dort anfängt in einem Kreis, wo man das nicht hat, irgendwo intern, äh, kriegt man das auch ganz gut gelöst. Aber auch Firmen intern ist das sehr häufig so. Also bei, bei, bei jeder größeren Firma wette ich, dass das auch so ist, wenn die eine Abteilung, dass das, 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 dieses negative Silo, äh, denken, wenn die eine Abteilung sagt, ja, die anderen, ne, die machen immer die Changes und wir müssen es ausbaden, ähm, auch monetär auf der Kostenstelle und, 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 dann kriegt man genau diese, diese, äh, Ergebnisse. Ja. By the way, jedes Team ist ein Silo. Ich bin, also Silos, Silos und Hierarchien, das sind so meine, meine Lieblingstrigger, ja. Hierarchien ist das Beste, was es gibt, ja. Nicht-Hierarchien sind einfach nur, nur schlecht. Das Problem, was heute verglichen wird, das ähnlich mit dem Management-Thema, ähm, agil und klassisch und sowas. Es gibt einfach schlechtes Management, ja, und das kann ich im agilen Umfeld machen, das kann ich im klassischen Umfeld machen, schlechtes Management Management ist schlechtes Management. Wenn ich Mikro-Management dort mache, wo es nicht hingehört, ist einfach schlecht. Ja. Und genauso sind Hierarchien, normalerweise sind Hierarchien, sollten kompetenzgetrieben sein, der weiter oben steht, sollte für diese Position das bessere Wissen haben. Er muss nicht die bessere Ausführung können, ja, der Bundestrainer muss nicht besser Fußball spielen können, aber wenn der da oben ist und entscheidet, dann sollte er der beste Bundestrainer sein. Und das machen nur Hierarchien. Nicht-Hierarchien, Netze sind sehr schwierig, die sind komplex, die sind aufwendig, die sind vieler toleranter, das darf man nicht vernachlässigen, aber sie sind nicht effizient. Die sind alles andere als effizient. Hierarchien und Silos ist das beste und effizienteste, was die Natur bis jetzt hervorgebracht hat. Ja, und das ist, wenn die nicht funktionieren, dann ist was anderes falsch. Aber nicht das Konzept. Also in unserem Fall zum Beispiel häufig sind die Abteilungsschnitte falsch. Die sind aus irgendwelchen Gründen so, wie sie sind und die sind einfach Käse. Und das Thema DevOps ist so ein Beispiel, wenn ich Development von Operations trenne, wenn ich da zwei Silos draus mache, das ist Käse. Ja, nicht Silos sind das Problem. Diese spezifischen Silos sind das Problem. Ja. Es kommt auf dein Service-Level drauf an. Das ist geil. Die will sich auch mal schlafen haben, die Jungs. Das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Aber das ist genau das Thema. Nee, das ist genau das. Das ist ein gutes Thema. Also DevOps ist ein gutes Beispiel. 24-Stunden-Wache DevOps-Ingenieur ist glaube ich auch ein... Nee, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. DevOps, da sieht man diese Widerstande sehr häufig. Wenn ich anfange und sage, ich will Entwicklung und Operations zusammenführen, dann kommen viele Entwickler und sagen, ja, und so, weil tatsächlich muss irgendjemand mal 24-7 darstellen eventuell und dann heißt das am Wochenende Dienst machen. Und dann sagt der geschmeidige Entwickler, ja, am Wochenende, das ist aber irgendwie so, das macht ja Operations, ja. Und dann habe ich dieses Blame-Game, ja. Der Operations-Mensch sagt, ey, ich muss am Wochenende arbeiten, weil du Mist entwickelst, ja. Und dann geht es los. Ah, aber die Spezifikation sagt das und das. Schiebt man die zusammen in ein Team und sagt, was immer ihr tut, ihr macht gemeinsam die Wochenenddienste und dann fängt der Entwickler an, vernünftigen Code zu schreiben. Das geht instant. Oder Operations, das sind Indien. Ja, ja. Oder, egal. Einfach die mal in ein Team, ihr geht gemeinsam Mittagessen, ja, und ihr macht kein Blaming per Ticket, ja, redet miteinander und dann hört das einfach auf. Und das Problem ist, auf eine gewisse Größe, kannst du es vergessen. Ich sage, ich sage, ich habe dann immer das Gefühl, ich klinge immer wie der Onkel, der für das klassische Projektsystem sozusagen stimmt, ja. Aber ich glaube, deswegen finde ich es halt so interessant, wie kriege ich es da rein, ja, wo der Level halt ist. Also ein Freund von mir, der ist sozusagen halt Scrum Master halt und der rennt sozusagen halt bei einer Krankenkasse rum, weil er halt nicht klein und baut da halt Apps. So, jetzt mal, wenn ich mit dem sozusagen über Skalierung, Abhängigkeiten, Service-Level und so weiter rede, sage ich immer, er ist ja ein Team, wo du darfst keine Abhängigkeiten haben. Die Antwort ist auf der einen Seite toll, aber für eine App irgendwie passt das, ja. Aber für alles andere, für das, woran wir gerade schrauben, kannst du es vergessen. Du hast harte Abhängigkeiten, kriegst du nicht aufgelöst, du hast die Service-Level und das musst du alles erfüllen und ich kriege den Counter runter, ne. Ja, okay, danke. Okay. Und das reicht dann einfach nicht. Aber es kann trotzdem Agilität oder agile Methoden und Werte helfen, es zu unterstützen. Aber allein zu 100 Prozent reicht es nicht. Es hilft nicht. Da braucht es was dazwischen. So. Sogar ein richtig schöner Schluss dazu geworden. Danke. Danke. Tatsächlich möchte ich den zeitlichen Rahmen nicht überstrapazieren, denn wenn sich alle merken, das geht immer drüber, bis wir auf den Punkt kommen, dann kommt niemand mehr. Deswegen würde ich ganz gerne, wir haben ja auch sechs Minuten später gestartet, weil gewartet, dass alle auch da sind. An der Stelle hier versuchen, so eine Art Zwischen-Etappen-Ziellinie zu malen auf dem Boden. Dahingehend, wie knüpfen wir denn da sinnvoll an, weil ich denke, es ist uns noch nicht konkret genug gelungen, um zu gucken, wie docken jetzt Scrum und PM aneinander an. Wir haben, glaube ich, von vielen verschiedenen Perspektiven aus betrachtet, dass es unumgänglich ist, dass beides irgendwie miteinander funktionieren muss in der Gegenwart. Und dass es auch Situationen und Anwendungsfälle gibt, in denen das vielleicht reingezwungen wird und gar nicht der richtige Ansatz wäre. Aber die würde ich mal ausklammern wollen und eher auf eine Situation fokussieren. Und vielleicht gelingt uns das beim nächsten Mal, dann doch das Beispiel herzunehmen mit der Waschstraße. Das Projekt so zu designen, dass wir Projektmanagement und Scrum brauchen, mit den Erkenntnissen, wie muss es denn dann designt sein, um dann zu sagen, wie docken die aneinander an. Wer ist mit dabei? War das eine Frage? Dann ich. Ja, gut. Dann wer ist? Lass uns als Moderator, mich und Frank, auch jeder zu entmuten. Ja. So, dann mache ich jetzt kurz einen Screenshot. Ihr kriegt dann von mir eine explizite Erinnerung nochmal, dass dieser Termin stattfindet. Wird wieder der dritte Monat, der dritte Monat, der dritte Mittwoch im Monat sein. Das ist ja immer unsere Frequenz. Und es wäre sehr cool, wenn ihr es packt, den auch wahrzunehmen, damit wir im Flow bleiben. Das ist, glaube ich, unsere größte Challenge heute. Und das wäre ein Thema für einen Woll-Circle für mich. Wie kriegen wir das hin, diese Community wirklich in den Flow zu bringen? Ich spüre immer noch zwischen den Terminen Cut, aber vielleicht haben wir mit Woll heute genau den richtigen Impuls bekommen. Und ihr seid natürlich frei, euch jederzeit, ich habe versucht, im Hintergrund zu gucken, ob wir schon vernetzt sind, euch jederzeit untereinander auszutauschen und dafür auch die Gruppe zu nutzen. Ich poste nochmal den Link zur Gruppe. Dann könnt ihr euch da auch selber einladen. Und wir müssen nur noch bestätigen. Ich habe nochmal den Link zu dem Excel, wo wir bisher immerhin gearbeitet haben, gepostet. Das ist public, liegt bei mir auf meinem OneDrive. Da kann jeder drin rumarbeiten. Das hatte ich halb vorbereitet für heute. Wenn wir nochmal praktische Beispiele diskutieren, kann man das dort nochmal dokumentieren. Und ich glaube, das macht tatsächlich Sinn, mit richtigen Beispielen zu arbeiten. Ja. Dann sage ich meinen Dank an alle, die von Anfang bis Ende ja dabei waren und sich toll mit beteiligt haben. Dümmer geht hier niemand raus, da bin ich mir 100 Prozent sicher. Ich habe anderthalb Zettel vollgekritzelt mit Erkenntnissen. Ich auch, ja. Ja. Dann können die ganzen reden, aber extrem spannend hört es. Auch wenn ich die meiste Zeit noch zugehört habe. Aber echt cool. Unser kleiner Philipp ist am Tisch hier. Stefan, mal für Entschuldigung. Ich bitte nicht. Nicht für Beteiligung. Entschuldigung. Applaus, Applaus. Danke, Caro. Danke, Stefan, fürs Joinen. Kommt gerne wieder mit dazu, wenn das Thema euch kickt und relevant ist. Ansonsten viel Erfolg beim Verfolgen eurer Ziele. Ja. Macht's gut. Danke. Tschüss. Danke euch. Tschüss. 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 Tschüss.